Grüß euch, super, immerhin ist es WM, gell, sind da ein paar Leute, ja, ich hab das eh gesehen, ich bin bei G-Mexico für Tanzen, nur ist eh wurscht. Freeman Talk, alles Gute, das sag ich aber am Anfang vorweg, weil damit gehen wir dann heim, alles Gute, jeder ist alleine, nur dass das Klärme von haus aus klar ist. Keiner weiß, was passiert, jeder ist alleine, alles Gute. Darum geht's, es geht darum, dass ich vor zwei Jahren, bisschen mehr als zwei Jahre angefangen habe, den friedlich, liebevollen, geistig, sittlichen Weg der Nicht-Kooperation zu gehen in Österreich. Ich hab die Freeman Bewegung nach Österreich geholt. Zitat von Bertolt Brecht, wenn Unrecht zurecht wird, dann ist Widerstand Pflicht. Deswegen treffen wir uns heute. Ich sag aber am Anfang auch, ja, wir müssten uns ja gar nicht kennen, wir brauchen uns nicht treffen, ihr braucht nichts von mir wissen, ihr müsst nichts von euch wissen, jeder hätte sein Leben, wieso treffen wir uns eigentlich? Das ist einmal die Ursache dafür, dass wir da sind. Irgendwas stimmt nicht. Und Widerstand, das ist die Frage, gell, was tut man, wenn es einem reicht? Widerstand, wie leistet man Widerstand? Ist das ziviler Ungehorsam, was wir da machen? Nein, es ist nicht ziviler Ungehorsam, weil für zivilen Ungehorsam braucht man zuerst Gehorsam. Aber Gehorsam ist nicht notwendig. Gehorsam heißt ja, es gibt irgendwen, der uns was anschaffen darf. Aber darauf will ich aussehen, im Laufe des Ganzen Abend. Wir sind alle souverän. Jeder von euch ist souverän. Jeder von euch ist alleine da. Und erst, wenn er alleine souverän und frei ist, dann können wir uns Gedanken machen über das, wie wir uns gemeinsam organisieren. Das war die eigentliche Reihenfolge. Und deswegen muss ich euch jetzt gewaltiges Hirn panieren. Hirn panieren. Das ist der Untertitel von dem Vortrag. Hirn panieren. Einmal umdrehen, in irgendwas eintauchen und außerprasseln lassen. Gute Besserung. Das ist gemeint mit alles Gute als zweite Bedeutung. Weil es muss ja besser werden. Und wenn man will, dass es besser wird, dann wünscht man sich auch alles Gute. Und die dritte Bedeutung von alles Gute, das sind immer drei Sachen. Die dritte Bedeutung ist alles Gute zum Geburtstag. Es hat euch nämlich zu Geburtstag die Republik Österreich ein riesengroßes Geschenk gemacht. Und das hat man euch nicht erzählt. Deswegen hole ich das jetzt noch. Ich hole noch alles Gute zum Geburtstag und erkläre euch warum. Aber vorweg muss ich ein paar Sachen klären. Ich komme nämlich immer wieder drauf in die Pausen und nach die Vorträge. Dann gibt es aber ganz viele Leute, die nur ein paar Fragen haben. Aber so grundsätzliche Fragen. Und das möchte ich gleich von Anfang an eliminieren. Die Gesinnung. Was ist meine Gesinnung? Ein paar sagen, ich bin rechts. Total lächerlich. Ein paar sagen, ich bin links. Keine Ahnung, was das wieder heißt. Dass wir gleich von Anfang an klären. Ich bin radikale Mitte. Radikale Mitte. Vielleicht ein bisschen drüber, weil ich einfach drüber stehe. Ich schaue auf alles runter. Radikale Übermitte. Ohne politischen Hintergedanken. Ich will ja kein irgendwas verkaufen. Ich will kein irgendwas antragen. Ich will nicht, dass man mir was nachmacht. Ich will nur, dass das ganz viele Leute auch machen. Und das ist ein Riesenunterschied. Also ich bringe ja nichts zum verkaufen. Es gibt keine Formulare, keine Produkte, gar nichts. Die Gesinnung ist eine gute. Genauso wie die Absicht. Was ist meine Absicht? Was will er eigentlich? Hört mir immer wieder die Leute fragen. Was will er eigentlich? Geht uns eh so gut? Wer ist der Meinung, dass es uns eh so gut geht? Eben. Der Andreas wieder. Ja, ja, ja. Also, was will er eigentlich? Er möchte gerne die Welt verbessern. Er hätte ganz gern eine bessere Welt für uns alle. Nicht nur für mich, weil das kann sich jeder richten. Wenn er brav hackelt und viel Geld verdient, kann er sich super richten. Aber ich möchte ganz gern, dass wir eine Gesellschaft finden, wo nicht von Haus aus ein Mangel da ist. Wo man nicht schon mit einer Schuld auf die Welt kommt. Wo wir uns nicht gegenseitig die ganze Zeit Zinsen stellen müssen, wenn man es runter bricht. Wir haben ein Geldsystem, das basiert auf Schulden. Auf verzinste Schulden. Immer in dem Moment, wo ein neues Geld entsteht, durch einen Kredit oder Staatsanleihe oder so irgendwas, dann werden die Zinsen dafür nicht miterschaffen. Das heißt, sie fallen automatisch in der bestehenden Geldmenge, sind die Zinsen nicht drinnen und müssen verdient werden, weil sie müssen bedient werden. Und das kann nicht besser werden, wie ich auf die Welt gekommen bin. Manche von euch sind älter, manche jünger. Ich bin 1970 auf die Welt gekommen. Da hat Österreich ca. 3,5 Milliarden Euro Schulden gehabt, umgerechnet. Und wenn man das durchdividiert, dann bin ich mit 456 Euro Schulden auf die Welt gekommen. Wieso? Wieso? Wieso Schulden? Mein Papa hat dafür die Zinsen zahlen müssen und das ist ja ausgegangen. Und heute haben wir hundertmal so viel Schulden. Deswegen muss man irgendwas tun, das besser wird. Die Absicht von mir ist, wir müssen an die Wurzel gehen, wir müssen ins Geldsystem anschauen, ehrlich sein, die Wahrheit bringen, es gut meinen und dann können wir uns irgendwas basteln, was sicher für alle funktioniert. Das ist meine Absicht. Bücher. Ich habe immer ein paar Bücher mit, die liegen da hinten auf dem Tisch. Das sind verschiedene Ansichtsexemplare, wo ich mir denke, das sind interessante Bücher für euch zum Lesen. Wenn es nur mehr ein Buch da ist, dann bitte, das ist meins. Okay? Wenn es mehrere Exemplare gibt, dann könnt ihr es auch haben. Dazu ist zum sagen, sie sind alle angeschrieben, hinten, was das Buch kostet. Sie sind alle bezahlt. Aber ich hätte ganz gern wieder das Geld. Das heißt, wenn wir tauschen, jeder sieht, was das Buch kostet. Es ist eine Kiste daneben, da steht drauf, was ich zahlt habe dafür. Wenn es mehr gibt, könnt ihr es haben. Wenn nichts draufsteht, schätzt ihr es. Ich habe nämlich von Hubert, wo sitzt ihr denn? Hubert? Da sitzt. Jetzt sehe ich dich. Der Hubert Rosenberger hat uns ein paar Bücher geschenkt von seinem Verlag früher. Der ist so zu uns gekommen. Welcome to Freedom. Und er hat gesagt, Joe, das ist cool. Da, ich habe noch ein paar Bücher. Da heißt, mach es zu Geld. Ich habe es nicht angeschrieben. Wenn nichts draufsteht, bist du selber schuld. Es ist ein Buch, wo nichts draufsteht. Nämlich, deswegen sage ich das dazu. Wenn nichts draufsteht, bitte, dann schätzt es einfach und da ist es in die Kisten. Ich freue mich über alles, was wir wieder verwenden können, dass wir etwas tun. Zu dem Thema komme ich zum Karma. Wenn irgendwer glaubt, das Buch ist eh schon zahlt und es ist eh wurscht, jetzt gehört es mir, dann soll er das bitte tun. Das ist nicht mein Problem. Das ist sein Problem. Versteht das jeder? Ich bin nicht für Karma verantwortlich. Das machen höhere Kräfte. Und dasselbe gilt für einen Austritt. Ich verlange keinen Eintritt. Missi, das ist mein Hund. Ich verlange keinen Eintritt, sondern ich möchte ganz gern, dass sich die Welt in eine Richtung ändert, wo das Harmonieverhältnis wieder passt, zwischen geben und nicht nehmen, sondern bekommen. Geben und empfangen. Daher verlange nichts, aber es ist jeder eingeladen, dafür zu sorgen, dass ich etwas empfangen kann. Und das heißt Austritt. Das heißt nicht Eintritt, das heißt Austritt. Auch wieder ein bisschen doppeldeutig, weil es geht ja in letzter Konsequenz um einen Austritt überhaupt. Gut, Anfang. Die Welt ist schon verrückt. Das heißt, irgendwer spinnt. Ich sage das deswegen, weil man sich einfach einmal Gedanken machen sollte, jeder von euch, wann die Probleme anfangen. Die Probleme auf der Welt, die fangen dann an, wenn der Mensch aufwacht. Wenn er munter wird. Wenn die ganze Welt jetzt schlafen würde, wäre absoluter Peace on Earth. Friede. Also, erst die Probleme gehen dann los, wenn der Mensch munter wird. Wir müssen am Wachbewusstsein schauen. Was hat der Mensch im Wachbewusstsein für einen Batschen? Dass passieren kann, was passiert. Dass wir uns gegenseitig die Schellen einschlagen, dass wir uns voneinander abgrenzen, wir lauter Schuldige kennen, wir uns verklagen gegenseitig, Profit anluxen, wachsen müssen, sparen gleichzeitig, die Staatsschulden explodieren, die Pensionen werden kürzt, die Kinder werden den ganzen Tag betreut, weil die Mütter den ganzen Tag hacken müssen. Und währenddessen eskalieren alle Kosten und so weiter. Und dann kommt noch Hypo Alpe Adria und Abfangjäger und und und. Also, die Welt spinnt komplett. Bei uns noch nicht so recht. Wir können wirklich sagen, uns geht es ja nur gut. Aber die Frage ist, was passiert später, wenn die Staatsverschuldung zum Beispiel bei 120 Prozent liegt oder 100 Prozent. Jetzt sind wir gerade bei 80. 80 Prozent Bruttoinlandsprodukt. 300.000 Millionen Euro Schulden. Können Sie sich das vorstellen? Ich auch nicht. Nicht einmal, wenn wir zusammenhelfen, können wir uns das vorstellen. Wer kann sich alle eine Million vorstellen? Verstehst? Sie müssen uns aber 300.000 Mal eine Million vorstellen. Und dafür zahlen wir die Zinsen. Jeder Österreicher, so wie er da sitzt und daheim sitzt und schon oder nur in die Windel macht, zahlt jeden Tag so viel Geld, dass der Finanzminister am Schluss 10.000 Millionen Euro beieinander hat. Das sind alles Fakten. 10 Milliarden Euro Zinsen. Das uns fällt als Volkswirtschaft. Und das geht nicht in Österreich so, sondern es geht alle Staaten so. Alle, die verschuldet sind. Und das sind eigentlich eh alle. Also irgendwas muss man tun. Daher zu meiner Person. Die Insider wissen, was jetzt kommt. Zur Person. Meine Eltern haben mich Johannes genannt. Kreißl haben sie schon geheißen. Und Ewald heißt mein Papa. Das war einfach. Johannes Ewald Kreißl. So haben sie mich genannt. Ich bin am 14. November 1970 in Wales auf die Welt gekommen. Skorpion also. Aszendent Löwe. Habitäre. Habitäre. Genau. Danke. Meine Eltern haben diese Geburt registriert. Also angezeigt. Das hat angefangen mit einer Anzeige. Müsst ihr euch vorstellen. Ich bin angezeigt worden. Und diese Anzeige wurde registriert. Und aufgrund der Anzeige hat man die natürliche Person 2057 1970 erschaffen. Erschaffen. Einen Datensatz hat man gemacht. Wie ein Ikea-Regal. Mit einem Strichcode. Und das hat man halt, das hat man es noch genannt, wie meine Eltern mich genannt haben. Johannes Ewald Kreißl. So hat man das Ikea-Regal genannt. Und irgendwo in einem Schublade liegt der Beweis dafür. Nämlich die Geburtsanzeige. Das war der erste Akt. Die Geburt ist registriert. Natürliche Person ist da. Und dann ist es losgegangen. Und da soll jetzt jeder von euch bitte einsetzen, was halt er so erlebt hat. Das waren so meine Schlüsselerlebnisse im Leben. Ich bin da oft geworden. Ich bin in die Schule gegangen. Hab ans Christkind glaubt. Osterhaus. Rall-Vorprüfung. Matura. Dazwischen bin ich noch. Hab ich noch einen Freischwimmer gemacht. Bundesheer. Tontechnik. Musikerband. Tonstudio. Musikverlag. Alle möglichen Sachen. Habe mein Geld verdient. Habe natürlich auch dem Bundesheer gedient. Wie man das halt so tut. Weil man das ja so hört. Dann habe ich irgendwann gemerkt, mit dem Lauf der Jahre, ich habe ja immerhin so ein Liedl geschrieben wie Steirer-Mensam-Wäre-Gut. Okay. Ist ja wurscht. Aber stellt sich vor, ich meine das Liedl kennt wirklich ja jeder, oder? Steirer-Mensam-Wäre-Gut. Du bist das. Sie ist das. Naja, auf jeden Fall haben wir richtig viel Geld verdient. Richtig klasse. Das ist überall geredet im Fernsehen. CDs verkauft. Steinkokulatrie. Wahnsinn. Und trotzdem ist es immer schwieriger geworden. Es ist immer schwieriger geworden. Und da kommt Forminanzamt die Vorschreibung. Und da kommt dann irgendwann der Exekutor. Und da der. Wie das halt so ist. Und dann holst du mal irgendeinen gelben Zedl nicht. Und dann steht irgendwann die Polizei vor deinem Haustier. Und dann denkst du dir, was ist los? Wir sind alle erfolgreich. Wir zahlen unsere Steuern. So gut es geht. Da die Beiträge tut. Und es wird immer enger, enger, enger. Und zwar ist es keine Ahnung. 20.000 Euro im Jahr abgehoben. Und ein Tausender bleibt da. Wann überhaupt. Also irgendwas ist da passiert, dass irgendwas falsch rein. Und dann bin ich über diese Freeman-Bewegung gestolpert. Im Internet. Und ich dachte, ey das ist ja cool. Was sind die da? Freeman on the land, England, Kanada, Australien, Commonwealth of Nations. Und bin da immer weiter eingestolpert. Und hab dann gemerkt, wenn das irgendwo geht auf der Welt, dann geht das überall. Das gehört sich nur angeschaut. Wie das genau funktioniert. Was da der Hintergrund ist. Wie ist das Spiel eigentlich gestrickt auf dem Planeten? Wie ist an mir organisiert? Was ist da passiert? Und ich hab dann am 14. März 2012 diese Freeman-Erklärung abgegeben. Ich hab's einfach an die Regierung geschickt. Bundeskanzler, Innenministerium, Landeshauptmann von Oberösterreich und den obersten Gerichtshof. Dennoch hab ich geschrieben, liebe Leute, ich kann immer. Und seit dem Tag, quasi, bin ich als geistig-siedliches Wesen 001 2012 zu betrachten. Und das möchte ich euch jetzt erklären, was da die Hintergründe sind. Weil das ist für jeden einzelnen von euch eigentlich genau der Schlüssel. Nicht, was mich betrifft. Ich bin da hier draußen. Aber es liegt an euch, ob ihr den Schalter findet, in euch einen Schädel drinnen. Und das geht's um nichts anderes. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, gell? Das hat man uns in der Schule erklärt. Und das stimmt auch. Aber wir müssen uns genau anschauen, was Unwissenheit heißt. Unwissenheit, Un, was heißt Un? Nicht. Also ich kann beschreiben, Unwissenheit, das ist Nichtwissenheit. Nichtwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mathematiker wissen, dass man das kürzen kann. Und dann bleibt über. Wissenheit schützt vor Strafe. Ja. Die Frage ist, was ist Wissenheit? Das Wort gibt es ja gar nicht. Also nicht in unserem Sprachgebrauch. Verwendet man nicht. Unwissenheit, das kennen wir aber. Aber was ist Wissenheit? Wissenheit. Was ist Wissenheit? Wissenheit. Wissenheit. Was wissen wir heute? Wir wissen heute. Wir wissen heute folgendes. Wir sind auf einem wunderschönen Planeten daheim. Der Planet erholt sich jedes Jahr einmal, nämlich im Frühling wird alles auf Null gesetzt und es fängt alles gleich zu wachsen an. Wir wissen, dass es eigentlich keine Grenzen gibt. Außer die, die der Mensch aufgebaut hat. Und ein paar natürliche. Wir wissen, dass es alle anderen Lebewesen schaffen, dass sie ohne Geld auskommen. Wir wissen, dass der Mensch mit seinem System der einzige ist, der im Mangel lebt. Der Angst hat, dass er irgendwie untergeht, dass er überbleibt. Alle anderen leben aus der Fülle, die ganze Zeit, jeden Tag. Wir wissen aber gleichzeitig, dass da draußen Leute sterben. Vor Hunger, vor irgendwelche Art Verbrechen. Kriege passieren. Jetzt Ukraine, Venezuela, Türkei, Brasilien, sagen wir gerade die allerbesten Beispiele. Jeden Tag. Das wissen wir auch. Und wir wissen also, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Die Zusammenhänge in den Medien werden uns eigentlich nicht so präsentiert, wie es offensichtlich sind. Die ganzen Experten, das wissen wir auch, die reden nur gescheit, aber es ändert sich nichts. Es ändert sich höchstens zum Schwierigen, zum Blädern. Das wissen wir. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass das Wasser immer giftiger wird. Wir wissen, dass du im Supermarkt fast nichts mehr einkaufen kannst, ohne dass du nicht gleichzeitig in Indonesien irgendwelche Orang-Utans umbringst. Palmöl. Wir wissen, dass die Zinsen schrauben mal, wenn ein Engertraut wird, dass wir sparen müssen, aber wachsen sollen. Was wissen wir alles? Ich sage, wir wissen eigentlich gar nichts. Nein, das sieht man nicht gescheit schon. Das ist ein Verwandter von uns. Wir wissen gar nichts. Das wissen wir. Erde, Planet Erde, wenn wir uns darauf reduzieren, die Natur, das funktioniert, das ist ein Kreislauf, der ist perfekt. Wir können da hinschauen. Wir kopieren auch die ganze Zeit. Wir machen Symbole aus dem, was wir finden. Sei es die Uhr, die die Sonne symbolisiert. Sei es die Schrift, die die Sprache symbolisiert. Sei es das Geld, was auch irgendwas symbolisiert. Alles symbolisiert irgendwas. Erde fetzt mit ca. 108.000 kmh rund um Sonne. Das wissen wir auch. Die Drahti mit ca. 800 kmh im Kreis rund um sich selber. Dass dann manchmal dann schwindelig wird. Also mir geht es so. Ist ja auch immer wieder schwindelig. So geht es. Auf jeden Fall, auf was ich auszuwüß, da sind keine Grenzen. Man sieht auch, wenn man ins Tierrecht schaut, man muss den Vergleich aber ein wenig vorsichtig machen, weil dann sagt man wieder, der Mensch ist kein Tier. Ja, das stimmt. Aber man kann es trotzdem mal versuchen, hinschauen, was war mit den Hosen. Zum Beispiel. Mein Lieblingsvergleich. Wissen die Hosen, so versteht es jeder, gell? Wenn ich nicht sage, war es ein Hose. Wissen die Hosen, dass Hosen sind? Wissen die das? Wir wissen aber so viel. Wir haben über alle möglichen Lebewesen auf dem Planeten Studien gemacht. Wir haben erforscht, die wesentlichen Funktionen definiert, beobachtet, vorausberechnet über jedes Lebewesen. Aber wissen wir eigentlich die wesentliche Funktion vom Mensch? Hat man uns das jemals erklärt? Man hat uns biologisch studiert und das haben wir in der Schule gelernt und alles. Aber die wesentliche Funktion Mensch auf dem Planeten, kennen wir die eigentlich? Denn die kann ja nicht sein, dass man dem System dient und Steuern zahlt und irgendwann vor lauter Erschöpfung ins Grab fällt. Da möchte ich hin, dass jeder darüber nachdenkt, was ist eigentlich meine wesentliche Funktion auf dem Planeten. Angenommen, ich kenne keinen. Angenommen, da war keiner. Was mache ich den ganzen Tag? Was mache ich den ganzen Tag? Angenommen, ich hätte kein Internet und keine AWM. Was mache ich den ganzen Tag? Nichts? Aufschreiben. Warten. Warten, was passiert. Was mache ich den ganzen Tag? Stellt euch bitte vor, hast du es jetzt abgekriegt? Vielleicht ist noch was von dem Gemüse da, was wir nicht gekriegt haben. Ich weiß nicht. Was machen wir jetzt? Okay. Perfekt. Stürzt euch bitte Folgendes vor. Einfach einmal im Kopf überlegen, wer ist es, der da auf die Nacht einschläft? Für jeden Einzelnen von uns gilt, wir schlafen jeden Tag auf die Nacht ein. Und wir wissen bis heute nicht, wie das geht. Oder kann mir irgendwer erklären, wie man einschläft? Was tut man da? Ich lege mich aber nicht dahin und warte, bis es soweit ist. Oder? Das kann man nicht erklären. Man kann nicht sagen, wie man da tut. Mach einmal so, wo du schläfst. Das geht nicht. Wir wissen auch nicht, wie man aufwacht. Oder? Ich kann das mir erklären, wie das ohne Wecker. Der Sonne aufgehört, der Hahn schreit. Ja, das darf ich da. Von selber, weißt du? Wie geht das? Das kann man ja nicht. Und aus der Erkenntnis aus, da denkst du einmal, bitte da rein. Wir würden uns niemals schlafen getragen, wenn da so eine echte Angst war, die richtig echt war. Weil wir nicht wissen, wie man aufwacht. Wir können uns nur hinlegen, in dem tiefsten Vertrauen, dass wir wieder aufwachen. Und auf das können wir uns immer verlassen. Hin und wieder nicht. Aber dann ist es auch wurscht. Wir haben uns trotzdem darauf verlassen. Aber wir wissen nicht, wie man einschlaft und wie man aufwacht. Und aus dem Gedanken heraus müssen wir darauf kommen, dass wir das nicht selber tun. Also können wir uns bis zu einem gewissen Punkt nicht selber kehren. Jetzt ist die Frage, wem kehren wir? Wer macht das? Wer schaltet uns ein oder aus die ganze Zeit? Wer ist das? Die einen sagen Manitou, die anderen sagen Allah. Die anderen sagen Gott, Heidi, großer Geist. Sind wir d'accord, dass wir dem kehren? Oder hat da irgendwer eine andere Meinung davon? Egal was für eine Kraft, die mich jeden Tag einschalt, derer Kraft kehre ich. Und die Kraft, die lasst mich wieder einschlafen. Da bin ich ausgeliefert. Und das ist nicht irgendeiner da draußen. Das ist auch nicht das System. Das ist weder der Bundeskanzler noch der Bundespräsident oder der Draghi oder sonst irgendwer. Die hängen an demselben Schulter. Aber sie glauben, dass es eine Hierarchie gibt. Weil man einer das eingeredet hat und uns das eingeredet hat. Das waren schon die Amtsleiter an. Die Amtsleiter. Haben wir es eh schon wieder. Die wissen das alle nicht. Denen hat mir das genau so erklärt. Ist einer da leicht. Haben wir einen Amtsleiter da. Die wissen das alle nicht. Es weiß auch der Draghi wahrscheinlich nicht alles. Oder die ganzen anderen sogenannten Besen, die Schuldigen. Die wissen ganz viel nicht. Ich habe schon mit so viel geredet. Die wissen alles nichts. Stellt sich weiter vor. Wenn ihr darüber nachgedacht habt, wer euch einschalt und wer euch ausschalt. Stellt sich weiter vor. Ihr wacht auf, ohne dass ihr wisst, wie das geht. Und es ist keiner mehr da. Es ist keiner mehr da. Ihr seid die einzigen, die da sind. Und aus dem außer, aus der Erfahrung außer, dass wir eh alleine sind. Und als Lebewesen wieder einzelne Hose. Oder sagen wir mal der Hund, dann ist er nicht so schnell aufgefressen. Der kann alleine überleben. Dafür ist er gebaut. Zuerst einmal in sich. Wir wachsen ja von innen außer. Die ganze Zeit aus einer Quelle, die wir nicht erschöpfen können. Die ist immer da. Die ganze Zeit. Für jeden. Und wenn man jetzt ganz alleine ist, dann hat man irgendwann seine eigenen Regeln. Wie lebe ich, wenn ich ganz alleine bin? Wie gehe ich mit der Umwelt um? Oder was tue ich, wenn ich alleine bin? Mache ich da noch die Häusel dir zu? Solche Fragen. Solche Fragen. Was tue ich, wenn ich ganz alleine bin? Meine eigenen Regeln. Im Einklang mit alles. Und dann mache ich mich auf den Weg und suche mir eine Gesellschaft. Und der hat es genauso gemacht. Wir sind vielleicht 20 Jahre lang komplett alleine auf dem Planeten unterwegs gewesen. Und man trifft sich. Die Frage ist, hat man jetzt Angst voreinander? In welcher Würde begegnen man sich, wenn man keine Angst voreinander hat? Ist man interessiert an der Meinung vom Anderen? Versucht man, dass man ihn ausnutzt? Dass man ihn über den Tisch zieht? Dass man Profit schlagt draus? Was tut man? Man tut sich wahrscheinlich hochintelligent, erwachsen, miteinander austauschen. Was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Servus Pirti. Danke. Und dann geht man weiter. Und irgendwann trifft man einen, der gefällt dann recht, Frau oder Mann. Und mit dem zieht man mit und geht heim in seine Stadt mit ihm. Und in der Stadt ist alles ein wenig komisch, weil das System, das die Stadt sich überlegt hat, ein bisschen anders ist. Zum Beispiel. Die Stadt, in der der wohnt oder die wohnt, in der ist alles verboten. Alles verboten. Es wird alles überwacht. Totale Kontrolle. Überall Kameras. Du brauchst überall irgendwie einen Begleitschein, einen Ausweis, dass irgendwas tun darfst. Alles wird kontrolliert. Rechnung, Zedl. Du musst alles registrieren. Das Geldsystem in der Stadt gehört nicht einmal den Leuten selber. Das müssen sie sich quasi extern anmieten. Gegen eine Benützungsgebühr. Alle nehmen sich gegenseitig was weg, fürchten sich voreinander. Und es stinkt. Es stinkt. Ja. Kommt euch das bekannt vor? Ja. Fuck. Verstehst? Aus den Gedanken, außer was tat ich, wenn ich alleine war. Alles war schön. Alles war cool. Ziege ich in eine Stadt, in der ich eigentlich schon wohne und komme drauf. Irgendwas stimmt nicht. Das habe ich bisher akzeptiert. Das ist normal. So ist das halt. Ja, so tun wir halt. Irgendwann sind wir eh nicht mehr da. Dann ist es eh wurscht. Was kann man tun, dass man das ändert? Dass wir eine Stadt erzeugen, wo es nicht mehr stinkt. Wo alle sich vertrauen gegenseitig. Wo kein Mangel herrscht, weil wir uns das einfach lässig organisieren. Es ist ja nur eine Frage der Aufgabenstellung und der Intelligenz, wie es zugegeben ist. Und dann darf man die Freiheit haben, die sich alle ersehnen. Freiheit. Und ich verwende auch den türkischen Konjunktiv. Freiheit, die Alität. Was heißt das? Ich möchte einfach, dass ihr es merkt, deswegen komme ich über den türkischen Konjunktiv. Alität. 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 Was ist das? Das Wort haben wir auch nie gehört. Was ist Alität? Alität ist die Grundlage von all diesen und noch ganz viel mehr Worte. Alität. Realität. Neutralität. Normalität. Dualität. Ich sage das jetzt für die Okidokler, weil die können nicht lesen übers Radio. Dualität. Qualität. Formalität. Rivalität. Genialität. Was ist Alität? Realität ist einmal das erste, was jeder kennt. Realität, das ist, was ist. Aber da muss man aufpassen. Realität heißt ja schon, Re, das bin ich. Da habe ich schon hingeschaut. Und ich interessiere mich für das, was ist, ohne dass ich hinschaue. Das, was er wahrert, ohne dass ich da bin. Was für jeden von uns gleich ist. Das ist Alität. Und wenn er hinschaut, dann wird es Realität. Und durch sein Fütter, durch das, was er geprägt hat. Der eine sieht das, der andere sieht das. Das ist ja nicht mehr Alität. Das, was für alle normal ist. Alle gleich ist. Das ist Alität. Und um das geht es. Missi heißt es. Sprache ist für mich der Schlüssel, dass jeder verstehen kann, dass er eigentlich ein souveränes Lebewesen ist. Da gibt es kein Formular oder sonstiges, das passiert im eigenen Kopf. Aber da muss man zuerst einmal seine eigene Sprache verstehen. Man hat unsere Sprache erklärt, die eindeutig funktioniert, von der wir aber nicht wissen, was sie tut, während es funktioniert. Wie es eigentlich wirkt. Die ganzen Buchstaben, die Silben hintereinander und so. Was da passiert in der Sprache. Und daher möchte ich euch da auf eine kleine Fährte locken. Einfach ein bisschen antisen. Ein paar kennen das schon. Aber ein paar noch nicht. Ich möchte euch jetzt angesagt austricksen. Es gibt im Deutschen verschiedene Endsilben. Zum Beispiel eine Endsilbe. Ja, 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 ja. Sie müssen sich lassen im Frieden. Da. Komm her. Da. Ja. Ja, 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 ja. Hat ja nicht Platz. Da Platz. Danke. Ja, 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 ja. Ist schon recht. Ist schon recht. Passt schon. Das müssen Sie die zwei überlegen. Im Deutschen gibt es hinten so eine Endsilbe, die heißt AL. AL, so wie zum Beispiel bei den Worten normal, phänomenal, tangential, rektal, anal, nasal, lateral, regional, transversal, kriminal, kapital, lauter AL. Und dann gibt es noch Worte, die hören auf mit ISMUS. Zum Beispiel, genau, Katholizismus, Buddhismus, Pointilismus, Nihilismus, Katechismus, Fabitismus, Kommunismus, Organismus, Kürbismus. Das ist ein kleiner, kleiner Gag, Kürbismus, was dann irgendwas machen, Kürbisten. Ja, aber das war nicht der Gag, das war nur so ein kleiner Zucker obendrauf. Stürzt sich folgendes vor, ihr nehmt euch so einen Zedl daheim, stürzt sich aus einem Wörterbuch lauter solche Worte raus, so wie es da stehen und bei einer Podiumsdiskussion tut es recht gescheit. Und macht es einfach so Kombinationen aus vorn und hint. Zum Beispiel Formal-Zynismus. Oder Astral-Exorzismus. Oder Territorial-Imperialismus. Das klingt doch gescheit. Auch wenn es es vielleicht gar nicht gibt, aber es klingt gescheit. Man könnte vielleicht ganze Doktorarbeiten darüber schreiben. Was ist zum Beispiel Transversal-Kapitalismus? Da horcht dann sicher einer eine Stunde zu und glaubts. Das ist recht gescheit und lauter solche Kombinationen. Oder was ist zum Beispiel Rektalterrorismus? Das wäre super. Sie hat gesagt, wenn da einer gescheit am Arsch geht. Und so kann man das Rektalterrorismus nehmen. Tut das weh oder so? Oder ein anderes Beispiel für dieselbe Körperregion. Analphabetismus. Was macht Analphabetismus? Tut das weh? Was ist das? Und jetzt möchte ich kurz, dass jeder in dem Bild bleibt, was er zu dem Wort hat. Ist das... Und da... Ist das schon ein wenig raus? Auf den Augen, auf den Augen. Ja. Habt ihr das schon gesehen? Es heißt Analphabetismus. Da steht Analphabetismus. Jeder, der jetzt glaubt hat, er ist im Arsch. Hat genau das getan, was ich wollte. Ich wollte nämlich genau über diese Führung erzeugen, dass es eine Güte im Kopf gibt, dass es gar nicht gibt. Es gibt keinen Analphabetismus. Ich weiß gar nicht, was Phapetismus heißen sollte. Aber man kann sowas glauben. Man kann sowas glauben, wenn man es nur über die richtige Rutschen kriegt. Das heißt, wenn ich jetzt lang genug über Analphabetisten rede, dann bekehre ich euch vielleicht. Wir müssen also unterscheiden, bitte. Und um das geht's ganz konkret. Was ist echt und was ist nicht echt? Weil alles hat eine Bedeutung. Analphabetismus, das hat gleich eine Bedeutung im Kopf. Wir unterscheiden zwischen Sein oder Nichtsein, so wie Shakespeare. Illusion oder echt? Sittlich oder recht? Und es räumt sich in die falsche Richtung leider. Mit Bildern kennt man sowas. Habt ihr das schon einmal gesehen? Wer sieht eine junge Frau? Wer sieht die alte Frau? Sieht beides. Sehr gut. Oder sowas zum Beispiel. Es ist leider ein wenig dunkel, der Projektor. Seht ihr das? Da sind mehrere Ebenen drinnen sogar. Das sind nicht nur zwei Bedeutungen, sondern da kann man nur eine reinschauen und siehst du hinten eine Frau und die... Oder das da ist auch ganz berühmt. So ein Perspektivenvertrag, was du einfach austricksen lässt optisch. Mehrere Blickweisen, mehrere Bedeutungen im selben Bild. Wer diese drei Bücher nicht verstanden hat, für den habe ich nur ganz was Einfaches, um klar zu machen, um was es mir geht. Sehr gut. Also es gibt verschiedene Ebenen, wo man was wahrnehmen kann. Verschiedene Perspektiven oder Blickrichtungen. Und jetzt kommen wir zur Frage, System. Was ist das System? Was ist das System, das wir da kritisieren? Was uns da segiert? Kann man das anrufen? Wen rufe ich an, wenn ich das System anrufen will? Wer ist damit gemeint? Wie heißt das? Für mich ist es in letzter Konsequenz als System das Rechtssystem. Es ist nicht das Wirtschaftssystem, nicht das politische oder so. Es ist das Rechtssystem schlechthin. Warum, lese ich euch nachher gleich vor. Wenn wir das System anschauen, müssen wir uns trauen, das ganze Rechtssystem anschauen. Nicht da drinnen umeinander bohren, nicht irgendwelche Symptome, sondern ganz außer und uns alles anschauen. Und das ist halt leider mal das Rechtssystem. Angefangen hat es für uns so. Im Jahr 1811 hat ein gewisser Franz Zeiler das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geschrieben. Das ist heute so ziemlich die Grundlage für jedes bürgerliche Recht auf dem Planeten. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. 1811, wer ist so alt? Maniolo, da war ich einmal dazwischen mindestens. Einmal durchtauchen, das gilt nicht. Fragt sich einfach, wieso das für uns gilt. Die haben mich gar nicht gekannt. Mich hat ja keiner gefragt, was ich für Gedanken hätte für ein gemeinsames System. Man sagt, wir sind da eingeboren und das ist halt so. Das andere Werk ist das Bundesgesetzplatz für die Republik Österreich, Bundesverfassungsgesetz. Aus dem Jahr 1920. Wer ist so alt? Auch nicht. Selbe Frage. Wieso gilt das für uns? Halt! Halt! Der Bima ist weg. Schau jetzt einmal an, bitte. Wieso geht der in die Pause, wo es spannend wird? Ja, lassen wir einmal ein bisschen refreshen. Ich zeige euch in der Zwischenzeit, was gekommen war. Ich hätte euch jetzt die zwei Bücher gezeigt. Genau die zwei Bücher waren jetzt gekommen. Das eine ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, Kodex Österreichisches Recht und das Bundesverfassungsgesetz. Und dazu braucht man unbedingt das Lösungsheft. Ohne Lösungsheft verstehst du das nicht. Was sagt der Maniolo? Was sagt der Maniolo? Sicherung durchbrennt. Das kann ich abkühlen. Ja, macht ja nix. Macht ja nix. Wir machen einfach im Trockenen weiter. Das ist eh ganz, ganz easy, was da drauf stand jetzt. Was habt ihr im Kopf für ein Bild, wenn es heißt System? Ohne jetzt der Gedanke Rechtssystem. Sondern wenn ich ein Kind erkläre, erklär mir einem kleinen Kind das Wort System. Was sagt man da? Wie beschreibst du einem kleinen Kind das Wort System, ohne dass du das Wort System verwendest? Wie sag ich es? Nein, was ist ein System? Nein, was ist ein System? Nein, überhaupt. Du kannst auch sagen, ich habe das nach einem gewissen System einsortiert. Oder ein Schema, wie was zusammenhängt zum Beispiel. Ganz, ganz neutral. Was ist ein System? Und der Hausverstand, wenn man auf Wikipedia nachschaut, dann steht auf Wikipedia, ich muss es da jetzt schnell wortwertlich herlesen, System ist ein sinnvoll in sich gegliedertes, geordnetes Ganzes. So steht es auf Wikipedia, also wenn man im etymologischen Wörterbuch nachschaut, steht da ein in sich gegliedertes, geordnetes Ganzes. Wenn man allerdings jetzt im Lösungsheft nachschaut, jetzt schaut es aus, wie wenn er wieder kommt. Wenn man im Lösungsheft nachschaut, was bedeutet System für einen Juristen? Weil um das geht es ja, wir haben ja ein Rechtssystem zu tun die ganze Zeit. Alles was passiert, passiert auf einer Rechtsgrundlage. Oder alles was nicht passieren darf, passiert deswegen nicht, weil es auf einer Rechtsgrundlage nicht passieren darf. Für einen Juristen bedeutet System das nicht, searching for source. Das schaut gut aus. Schau her, da sind wir schon. Fast. Ein Jurist sagt für System planmäßiges Gefüge einer Gedankenmehrheit. Das heißt System juristisch. Steht da drinnen. Planmäßiges Gefüge einer Gedankenmehrheit. Und das ist nicht dasselbe, oder? Absolut. Da steht nämlich nicht sinnvoll. Zum Beispiel. Gedankenmehrheit. Die Frage ist, wer ist da die Gedankenmehrheit? Wer ist das? Wer fügt sie da? Was ist das für Gefüge? Wer fügt sie? Und wer macht den Plan? Nächstes Beispiel. Für verschiedene Bedeutungen, die man einfach berücksichtigen muss. Ordnung. Was versteht jeder im Kopf von euch unter Ordnung? Wie erklärt das ein kleines Kind? Ordnung. Aufgaben ist schön, genau. Der aufgeräumte, organisierte Zustand. So ist Ordnung. Im Internet zumindest, wenn sie nachschauen. Der aufgeräumte, organisierte Zustand. Für einen Juristen heißt Ordnung, der einleuchtend geregelte Zustand. Das heißt nicht aufgeräumt für einen Juristen. Das heißt nur einleuchtend geregelt. Und ich kann euch bestätigen, das ist wirklich alles sehr einleuchtend. Wenn man das liest, das ist wirklich einleuchtend. Das ist alles schlüssig. Passiert überhaupt sonst gar nichts. Das ist alles sehr einleuchtend. Aber es ist leider nicht sinnvoll. Und daher muss man ganz genau unterscheiden zwischen Person und Mensch. Das ist die Botschaft von Freeman. Ich bin nicht meine Person. Ich habe die nur. Und wollte es gar nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kriege. Jawoll. Die feiern schon. So geht das. Die wissen das schon. Person. Das möchte ich euch schnell vorlesen. Außenjuristischen Wörterbuch. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Punkt. Das ist eine Person. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Also klar, das kommt noch nicht, weil das hat noch keine Pflichten. Aber Rechte. Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Und Pflicht, ja, das lässt sich definieren dann nicht wahr. Aber nur das Wissen ist, da steht sonst gar nichts. Da steht nur Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Und dann teilt sie sich auf auf zwei verschiedene Zweige. Das eine ist, eine natürliche Person ist der Mensch. Und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod. Juristische Person ist die rechtlich geregelte soziale Organisation. Da, 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 da. Brauchen wir nicht. Das lebt nicht. Die natürliche Person ist der Mensch. Um das geht es. Aber das ist natürlich ein bisschen wenig. Oder? Natürliche Person ist der Mensch. Jetzt müssen wir noch schauen, was ist ein Mensch. Genau. Mensch. Und man hält es nicht für möglich. Es steht in einem juristischen Wörterbuch. Das Wort Mensch erklärt. Wo du zuerst fragst, wieso? Wieso muss... Das weiß doch jeder, oder? Aber lasst uns lesen, was Mensch auf juristisch heißt. Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Also wenn er nicht reden kann, kann ich... Tja, da müssen wir die Sprache definieren. Das fragen oft Leute. Wenn er vielleicht nicht reden kann, ist er dann kein Mensch. Aber du kannst auch die Gebärdensprache lernen. Bist auch sprachbegabt. Und wenn er nicht reden kann, dann kann er vielleicht mit die Augen blinzeln. Also ein Jurist wird dir das immer so auslegen, dass du sprachbegabt bist. Hundertprozentig. Weiter geht's mit... Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Das waren die drei Sätze, die einen Mensch juristisch definieren. Mit Verstand und Sprachvermögen begabtes Lebewesen. Er steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Und der letzte Satz ist deswegen cool. Weil in dem Satz steht drinnen, dass der Mensch nicht im Staat ist. Der Mensch hat gegenüber vom Staat Rechte und daher kann er nicht im Staat sein. Oder? Da muss man ein bisschen Idipfel reiten. Dazwischen lesen. Der Mensch ist nicht im Staat, weil er gegenüber vom Staat Rechte hat. Und außerdem steht da Verstand und Sprachvermögen. Da steht nichts vor Rechnen, Lesen, Schreiben. Da steht auch nichts vor Demonstrieren. Nichts vor Petitionen. Nichts vor Krieg, vor Wöhn, vor Volksvertreter schicken oder sonst irgendwas. Da steht nur Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Das ist ein kleiner Hinweis auf den Ausgang. Aber viel schöner noch, weil das sind nur drei Sätze, viel schöner noch finden wir auch Seiten weiter, was ein Mensch ist. Und zwar unter Menschenwürde. Bei Menschenwürde steht nämlich, Menschenwürde ist der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Schön, oder? Die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich um das Menschenwillen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Juristisches Wörterbuch, nicht Astrid Lindgren oder so. Den draußen kennt man ja nicht mehr. Bitte? Den draußen kennt man ja nicht mehr. Ich habe den nicht verstanden, mir hat das Mikrofon aufs Ohr gedruckt. Den Satz würde ich vergessen. Den Satz würde ich vergessen? Nein, der Trick ist in dem Satz versteckt. Ich lese euch ja nur einmal vor, da steht nämlich Analphabetismus. Aha. Jetzt. Da steht, die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertes ist. Das ist die Verfassung. Auf jeden Fall, die Definition ist super. Eine juristische Definition vom Mensch, wo steht, der Mensch ist von Natur darauf angelegt, dass er in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selber bestimmt und in der Umwelt auswirkt. Was heißt geistig-sittliches Wesen? Das ist die Frage. Geistig-sittlich. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur darauf das und das angelegt. Jetzt lese ich euch die Sittlichkeit vor. Sittlichkeit in Klammer Moral. Sittlichkeit ist die Gesamtheit der Inneren auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Boah. Habt ihr das verstanden, Gott? Ja, gerne. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Geistig-sittliches Wesen. Das ist heavy, oder? Ja. Dass die Sittlichkeit was anderes ist, was schlecht ist. Genau. Und dass der Unterschied genau darin liegt, dass man sie am Guten und am Gewissen ausrichtet oder nicht. Und das ist heftig. Wenn ich vorhin habe gerade gelesen, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen, und da steht gerade, Sittlichkeit ist im Gegensatz zum Recht am Guten orientiert, dann konnte ich jetzt aufhören, weil dann versteht jeder, warum ich aufs Rechtssystem verzichtet habe. Weil man im Rechtssystem genau das nicht finden kann, was wir alle wollen. Nämlich, dass wir uns ums Gute kümmern, ums Gewissenhafte. Ein Rechtsanwalt kann niemals sagen, er hat etwas nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es geht nicht, weil Best ist eine Steigerung von Gut, und das steht Gut und Gewissen unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht, die Ausrichtung von Gewissen und Gutem. Es geht nur weiter kurz. In Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam. Berücksichtigt aber vielfach die Anforderungen der Sittlichkeit durch Milderung der Rechtsfolge des Rechtsbruchs. Im engeren Sinn ist Sittlichkeit die geschlechtliche Moral. Porno, Schublade, pfff, zu, nicht mehr reingeschaut. Wenn man zuerst Unsittlichkeit oder Sittlichkeitsdelikt, dann bist du gleich im Sex. Du denkst nicht an Gut und Gewissenhaft. Ist das S-Punkt die Abkürzung von dir oder steht es da so ab? Das steht da so drinnen. Das habe ich mir da so abgeschaut. Dass man es nicht einfach extra schreiben muss. Du hast eine Frage gehabt? Dann hast du ihn nur im Kopf gekrotzt. Aber ist das nicht heftig? Da steht die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Wir haben vorher gelesen, dass die natürliche Person der Mensch ist. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Die natürliche Person ist der Mensch von der Vollendung der Geburt bis zum Tod. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin keine Person, ich bin ein Mensch. Ich sage, ich bin ein Mensch. Dann hört das System Mensch und sieht, Person ist ein Mensch. Passt, Person. Und zwar deswegen. Im § 16 ABGB steht drinnen, jeder Mensch hat angeborene Rechte und ist genau deswegen als Person zu betrachten. Da steht nicht, dass der Mensch eine Person ist. Darüben ist gestanden, dass die Person ein Mensch ist. Aber da steht jetzt, dass der Mensch als Person betrachtet wird. Das sind zwei verschiedene Blickrichtungen. Der Mensch wird als Person betrachtet. Als natürliche Person. Und ausschließlich den Menschen darf man als natürliche Person betrachten. Es hat voriges Jahr in New York ein Fall gegeben, da hätten wir für ein paar Schimpansen natürliche Personenstatus erlangen wollen. Habt ihr das mitgekriegt? Also das ist jetzt gerade so an der Kippe, dass auch Schimpansen bald natürliche Personen sein dürfen. Dann dürfte es da nicht mehr drinstehen. Natürliche Person ist der Mensch. Da müssen drinstehen, natürliche Person ist der Mensch und ein paar Affen. Genau. Da steht auf jeden Fall, im § 16 steht, dass der Mensch als Person betrachtet wird. Stellt euch die Frage, was passiert oder als was kann man sich gegenseitig betrachten? Betrachtet mich als das, was ihr wollt. Jeder darf sagen, was er tut. Jeder kann mich als etwas betrachten, was ihm einfällt. Gummipärchen sind erlaubt. Alles mögliche. Ich mache das mit euch und wir erzählen uns gegenseitig, als was wir uns betrachten. Die Frage ist, sind wir das dann oder sind wir nur Betrachtungen? Nein. Das macht uns noch lange zu gar nichts, wenn uns etwas betrachtet. Die Rechte, ich bin jetzt ans Zweig gesprungen, da steht noch der zweite Satz. Sklaverei und Leibeigenschaft, so wie die Ausübung einer Sicht darauf beziehen, Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. Das ist eigentlich eine Provokation. Wenn man aus sich schaut und erlebt, was da ist. Mit dem Systemdruck, der immer heftiger wird. Das ist ja eigentlich schon Sklaverei oder Leibeigenschaft. Und irgendeiner kommen kann und sagen, ich muss etwas zahlen, was ich nicht habe. Und ich muss rennen gehen, dass ich es habe, dass er mich nicht einsperrt. Dann muss ich fragen, wem geh ich leicht? Wieso kann man mich einsperren, wenn ich nur Geld nicht habe? Weil irgendeiner eine Gebühr verlangt hat, die ich nicht habe. Sklaverei und Leibeigenschaft sind de facto, de jure, verboten in dem Land. Ist ja mal eine gute Sicherheit, wenn man das weiß. Aber viel ärger ist es, dass man in dem Satz eins nicht ausserliest. Das ist nicht wirklich Analphabetismus, aber sowas ähnliches. Und zwar deswegen, da steht, Leibeigenschaft und Sklaverei sind nicht gestattet. Und die eigentliche Provokation liegt darin, dass man mit dem Satz akzeptiert, dass man Sklaverei und Leibeigenschaft gestatten kann. Wer kann das gestatten leicht? Man liest das nicht aus, aber jetzt, wo man sagt, denkst du, ah ja, Sauerei. Wie können die das da einschreiben? Wie kann man sagen, wir gestatten Sklaverei nicht? Das obliegt denen gar nicht. Man kann es weder gestatten oder erlauben oder nicht erlauben, weil das nicht in der Hand von irgendwem liegt, Sklaverei zu betreiben. Sklaverei an sich ist schon ein Verbrechen. Darüber kann man es auch nicht gestatten oder verbieten. Da liest man einfach drüber und denkt sich mal zum Glück. Nicht erlaubt. Genau. Nächster Punkt war der § 28. Diese Rechte, die da oben stehen, in § 16. Jeder Mensch hat angeborene Rechte und wird genau deswegen als Person betrachtet. Dann würde ich gerne wissen, was sind das für Rechte? Die angeborenen Rechte. Was glaubt ihr, was angeborene Rechte sind? Du denkst normal an das, was ich von meiner Mama schon habe. Angeboren halt. Aber das Wort heißt nicht angeboren, das heißt angeboren. Und da steht angeboren, das ist original so geschrieben, angeboren. Unterseiten später, da in dem ABGB, § 16, § 28. Nein, § 16. Jeder Mensch hat angeborene Rechte. Genau. Und im Artikel 23 steht zum Beispiel, in zweifelhaften Falle, ob ein Kind lebendig oder tot geboren worden sei. Da steht geboren. Im selben Werk, auf der selben Seite, aus dem selben Jahr geschrieben, 1811. Da kann keiner sagen, das war damals die Schreibweise von dem Wort angeboren. Das hat man halt so geschrieben, weil die haben auch nicht gewusst, wie es geht. Angeboren. Das ist ein eigenes Wort. Angeboren ist was anderes wie angeboren. Die angeborenen Rechte, das sind die, die wir alle glauben. Von der Mama das, dass uns niemand was darf. Aber die Angeborenen, das sind diese Rechte, die da geschrieben sind. Die ich mit der Geburtsurkunde gekriegt habe. Die bürgerlichen Rechte. Dieser Genuss, der da erwähnt ist. Der volle Genuss steht drinnen. Den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte, den kriegt man mit der Staatsbürgerschaft. Diese Rechte da, die sind der Genuss. Wie kommt man zur Staatsbürgerschaft? Die Staatsbürgerschaft, die kann man sich kaufen. Oder? Durch die Geburt. Die ist damit inbegriffen. Das heißt, wir kriegen die Staatsbürgerschaft, in Österreich kriegst du die mit der Geburt geschenkt. Das hat uns keiner gefragt, ob wir diese Rechte genießen wollen. Und man hat uns von klein auf erzählt, ja das ist halt so. So ist das halt. Sei froh, dass du da geboren bist, in Afrika verhungene Kinder. Oder so. Wir haben das selber gedacht, wir haben auch zum Glück getan. Aber jetzt nur ein kleiner Beweis, dass jeder nur ein bisschen, wie soll ich denn sagen, selber im Hirnschmalz ein wenig operieren darf. Weil wir wollen das Hirn panieren. Staatsvolk. Steht auch da drinnen. Was ist ein Staatsvolk? Das sind die Leute, die wollen gehen. Und das Staatsvolk, das ist so definiert, dass da steht, Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden, und die allein schon infolge dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Das Staatsvolk ist das personelle Element des Staates. Von ihm geht im demokratischen Staat alle Gewalt aus. Die Pointe wird dich erheitern. Hoffentlich. Ihr werdet es alle nur über euch selber lochen nachher. Der Staatsvolk ist das personelle Element. Und genau so ist es. Deswegen haben sie alle einen Personalausweis usw. Davon reden wir ja. Die Person ist das Personal. Der Mensch ist das Souverän. Und dummerweise meistens in derselben Gestalt. Und das gehört auftrennt im Hirn. Dass das zwei verschiedene Sachen sind. In dem Satz da. Also im ersten Satz. Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet inzwischen war. Da steht drinnen, dass das Staatsgebiet nichts Geografisches sein kann. Schaut zu mir bitte und findest es. Weil der so stimmt. Der so stimmt. Und wenn das so stimmt, dann kann das Staatsgebiet nichts Geografisches sein. Nämlich die Gesamtheit der Menschen auf dem Staatsgebiet. Ich meine, das sind alle Touristen. Alle Japaner in Schönbronn gerade. Die dürfen gerade wählen gehen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber sogar ohne Asylantrag. Die dürfen mit dem Fotoapparat einfach weitergehen und trotzdem nicht wählen gehen. Also kann das Staatsgebiet nichts Geografisches sein. Das kann nur irgendwas im Hirn sein. Irgendein fiktives Verwaltungsgebiet, was wir glauben. Und jetzt sind wir zum Beispiel beim WEDER in den Nachrichten. Jeden Tag auf die Nacht, wenn du die Nachrichten siehst, siehst du, was Österreich ist. Und da kriegst du das reinbrennen, dass du glaubst, dass das Staatsgebiet das Schnitzel ist, was da liegt. Aber das sind zwar komplett verschiedene Sachen. Das eine ist eine Verwaltungsgrenze. Örtlich. Und das andere ist das Staatsgebiet. Ich bin nicht am Staatsgebiet der Republik Österreich. Jetzt gerade. Ich bin über Österreich. Ich bin nicht aus Oberösterreich. Ich bin aus Überösterreich. Staatsgebiet ist nichts Geografisches. Wenn man jetzt nachschaut, was ist ein Staatsgebiet, kann man auch nachschauen. Das ist ja definiert. Mit was? Das ist ja das. Das ist ja das. Das ist das Lösungsheft. Wer das Spiel verstehen will, der braucht sich nur das durchlesen. Die ganze Zeit quer. Und versteht, wie das Spiel Mensch ärgere dich funktioniert. Da ist immer alles gegen. Und wenn du das nicht weißt, dann schaust du da hin. Aha, was ist? Ein Beamter leicht. Aha. Und dann Bestechung, Amtsträger, kann man bei Amtsträger nachschauen. So geht das da die ganze Zeit dahin. Bitte kauft euch ein juristisches Wörterbuch. Sehr heitert. Man kann zum Beispiel jetzt nachschauen, was ist, weil ich sage, das Staatsgebiet kann nichts Geografisches sein. Wie ist Staatsgebiet definiert? Staatsgebiet ist definiert mit, der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche. Da könnte ein Gummi da stehen oder Latex. Latex. Das ist total Gummi, was da steht. Das heißt gar nichts. Der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche, dann ist die Frage, wie geht das denn leicht? Egal, ich werde das mit sich selber definieren. Genau. Wann ist denn leicht der Staat, also ein Teil einem Staat zugehörig? Wie geht denn das? Das steht da nicht. Wie wird der Teil der Erdoberfläche einem Staat zugehörig? Ich sage, das macht unser Ausweis. Wenn ich einen Ausweis in der Hand habe, einen Reisepost zum Beispiel in Österreich und ich stehe in Griechenland am Strand, dann kann ich mit dem Ausweis mich selber ausweisen. Aus sein Gebiet in mein Gebiet. In mein Staatsgebiet habe ich mich dann ausgewiesen. Und er ist nicht mehr zuständig. Oder halt noch die Verträge, die es gibt. Ein bisschen. Er sollte eigentlich Wegweis heißen. Oder nicht Ausweis. Dass man ehem wegweist. Und selber wo ausweisen. Genau. Und jetzt gehen wir einfach ganz schnell in eine lässige Pause. Das ist die Pausefolie. Die erinnert mich ja während der Pause. Mit dem Gedanken. Das muss jetzt nämlich ein bisschen sickern. Dass jeder, beziehungsweise jede Free Man, beziehungsweise Free Woman ist. Von Haus aus. Da braucht man nichts ausfüllen. Da braucht man keinen Brief schreiben. Ich erzähle euch nachher eh, was ich geschrieben habe und wieso und warum. Aber prinzipiell könnt ihr jetzt aus der Pause von 2020 auch schon heimgehen und sagen, ich bin Free Man. Das habe ich gar nicht gewusst. Brauche ich keine Steuern mehr zahlen. Aber im Herzen müsst ihr bitte akzeptieren, dass jeder von euch souverän ist. Dass jeder von euch den freien Willen hat. Und dass keiner von euch eine Vereinbarung hat mit dem Genuss von irgendwelchen bürgerlichen Rechten. Das hat man euch einfach drüber gekaut. Und man hat euch in der Schule erzählt, so ist das halt. Und in Wahrheit muss man sagen, nein, so ist das nicht. Ich habe letztens zu einem Polizisten gesagt, die bei mir waren wegen einem Meldegesetz, habe ich gesagt, er soll ja nicht sagen, das ist halt so. Hat er gesagt, aber so ist das. Und ich habe dann gesagt zu ihm, er soll mich nicht anliegen. Das ist eine Lüge, habe ich gesagt. Und der Kollege hat gesagt, was haben Sie gesagt? Eine Lüge. Sagen Sie es nur einmal. Ich habe gesagt, ja, ich sage es nur einmal. Sie dürfen es aber nicht sagen. Ich habe gesagt, das ist eine Lüge. Ich unterschreibe das, Kamera raus, hör mit den Zeugen, das ist eine Lüge. Und zwar deswegen, weil er kann nicht sagen, das ist halt so. Wenn man sagen muss, nein, das gilt halt so. Das gilt halt so. Weil die Gesetze gelten alle. Das gilt nur. Und da kann man wirklich sagen, das gilt nur. Alles was im dritten Reich passiert ist, hat auch nur gelten. Es war alles legal. Es ist alles irgendwo gestanden. Das gilt nur. Das ist nicht so. Das gilt nur. Und wenn was gilt, dann ist das der Beweis dafür, dass es nicht ist. Weil sonst braucht es ja nicht gelten, wenn es war. Oder? Genau. Gehen wir schnell in eine Pause, oder? Viertelstunde, 20 Minuten Pause. Die Bücher da hinten, das habe ich eh vorher erklärt. Ihr seid alle souverän. Danke, bis später. Ja, grüß euch nach der Pause. Ich hoffe, sie war schön für euch. Für mich war es auch schön. Ich fange jetzt nicht kurz nur mit alles zusammen, weil sonst dauert es wieder so lang. Ich mache einfach da weiter, wovor die Pause angefangen hat. Ich muss jetzt Hochdeutsch sprechen, hat Okitok gesagt. Gell, Klaus? Stört sich, wenn ich Hochdeutsch weiterrede? Ja, ich soll ein bisschen Hochdeutscher sprechen hier. Dann machen wir das mal. Ja. Das können wir ja tun. Untertitel. Ich möchte gerne mit euch, ich möchte gerne mit euch einen Perspektivensprung im Hirn hinkriegen. Es geht ums Bundesverfassungsgesetz. Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920. Achtung bitte. Genau. Bundesgesetz von 1920. Da steht drinnen, dass die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird. Und Einrichtung ist was anderes wie Gründung oder Ausrufung. Fragt euch einfach, wer hat Österreich eingerichtet? Ist einer dabei? Ikea? Österreich ist auf jeden Fall nicht ausgerufen worden oder gegründet worden. Es ist eingerichtet worden, juristisch. Und dann steht da, der erste Artikel heißt gleich, Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Was heißt das? Was bedeutet das? Da würde jetzt jeder verstehen, so wie vorher bei System oder Ordnung, bei diesen Gegenüberlegungen von den zwei Bedeutungsmöglichkeiten, dass man da glaubt, wenn man das liest, dass das Recht vorher beim Volk war. Oder? Wenn man sagt, das Recht geht vom Volk aus, dann heißt das, das war vorher beim Volk. Zumindest in Eichernkopf, oder? Ja, es ist zumindest offenbar nicht mehr zurückgekommen, wenn es weggegangen ist. Aber ich möchte euch auf einen fatalen Analphabetismus hinweisen. Deswegen habe ich das vorher gemacht. Da drin ist ein ganz gemeiner Analphabetismus versteckt. Es gibt da nur eine zweite Bedeutung von, ich gehe von etwas aus. Genau, da haben wir es wieder. Österreich ist als Rechtsstaat eingerichtet worden. Nicht als Nationalstaat, nicht als Volksstaat. Österreich ist eingerichtet worden, indem man zum Beispiel im Artikel 3 vom Bundesverfassungsgesetz, im Artikel 3 zum Beispiel steht, das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer. Damit wäre jetzt, wenn man so will, das Staatsgebiet definiert. Wir brauchen für einen Staat drei Sachen, wenn wir einrichten wollen, juristisch. Wir brauchen ein Staatsvolk, wir brauchen eine Staatsgewalt und wir brauchen ein Staatsgebiet. Die drei Sachen braucht man für einen Staat. Und Sie haben das Staatsgebiet eindeutig definiert, weil da hinten steht irgendwo die Staatsgewalt. Aber es steht im Artikel 6 zum Beispiel, für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft. Aha. Jene Staatsbürger, die in einem, und der Familie geht zum Staatsbürger und keiner weiß, wer das eigentlich ist. Bis jetzt ist nirgends, Artikel 1 bis 6, nirgends das Volk definiert worden. Das heißt, es ist das Bundesgebiet definiert, es ist kein Volk definiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Satz, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus, so zu verstehen ist, dass Österreich kein Volk hat. Auf Hochdeutsch, Österreich hat kein Volk. Auf Hochdeutsch muss man sagen, Deutschland hat kein Volk. Es ist für Deutschland genau das gleiche wie für Österreich. In Deutschland heißt es, alle Macht geht vom Volk aus. Warum? Weil es keines gibt. Und wenn in Österreich das Recht vom Volk ausgeht, deswegen, weil es keines gibt. Es gibt kein Volk. Deswegen muss man ja davon ausgehen. Versteht ihr die zweite Bedeutung von dem Satz, das Recht geht vom Volk nur aus. So wie ich von einem schönen Wetter ausgehe jeden Tag. Es gibt kein Volk. Man hat euch eingeredet, dass ihr das Volk seid. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ihr als Volk auf die Welt gekommen wart. Ich bin ganz alleine aus meiner Mama ausgeschlupft. Und da bin ich. Volk? Was ist das? Volk ist eigentlich der Anfang von der Trennung. Weil da muss ich eine Grenze errichten, weil da sind die anderen, die nicht zu meinem Volk gehören. Lasst uns einfach einmal die Idee erlauben, dass wir vielleicht gar kein Volk brauchen. Dass jeder souverän ohne Grenzen auf dem ganzen Planeten daheim war hat. Volk. Die Republik Österreich hat Gesundheit. Hat kein Volk. Und das Rechtssystem muss daher vom Volk ausgehen. Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedene Sachen. Wir unterscheiden auf der einen Seite zwischen Seerecht und auf der anderen Seite zwischen Landrecht. Wir unterscheiden zwischen Geben und Nehmen und wir unterscheiden zwischen Geben und Empfangen. Wir unterscheiden da drüben das fiktive, positive Recht. Und da drüben haben wir das Landrecht. Landrecht, das steht nirgends. Naturrecht. Da könnte man auch sagen Hausverstand. Das eine Spiel heißt Mensch ärgere dich. Und das andere Spiel heißt du bist frei. Man könnte sagen Österreich hat frei. Statt Österreich ist frei. Österreich hat frei. Aber nur am Feiertag. Aber nur am Feiertag. Im Seerecht haben wir die Personalbetrachtung. Da wo der Mensch als Person betrachtet wird. Und im Landrecht ist er souverän. Und ich kann euch das quasi mit dem Hausverstand beweisen. Wenn ich sage Österreich hat kein Volk. Dass das Rechtssystem nur vom Volk ausgeht. In der Hoffnung, dass ein Volk kommt und sich meldet. Und dann natürlich alle diese Statuten einhalten muss als Personal. Das ist ganz einfach. Das kann dann wirklich der normale Hausverstand klar machen. Das steht da jetzt nicht drauf. Denkst du einmal nach. Wer im Volk, also in alle anderen die man halt so kennt. Wer im Volk hat das Recht, dass er uns was wegnimmt. Gibt es wen, der uns was wegnehmen darf? Darf ich? Na ja, das sagen die. Davon rede ich ja. Aber gibt es wen unter uns ebenbürtigen, normalen Leute. Irgendwenn der dem anderen was wegnehmen darf. Von Haus aus. Ich darf euch nichts wegnehmen. Genauso wenig wie ihr mir was wegnehmen darfst. Dann werden wir streitert. Und das will ja keiner. Wenn jetzt die Staatsgewalt behauptet, das Volk wäre die Quelle der Macht. Dann hätte ja irgendwer im Volk das Recht haben müssen, dass er es wem geben kann. Und die Staatsgewalt exekutiert eindeutig Recht, wo man uns was wegnimmt. Und man kann sehr viel mehr wegnehmen, als nur Besitz. Man kann auch Freiheit, Würde, Souveränität, Meinung. Das kann ich alles wegnehmen. Und das darf man nicht. Das ist nicht erlaubt. Nicht an Land. Auf hoher See ist das erlaubt. Das braucht man sich nur ausmachen. Seerecht ist ein fiktives Recht. Das gibt es für Landlebewesen nicht. Niemand hat das Recht im Volk, dass er uns was wegnimmt. Daher kann er es auch neben delegiert haben. Die Staatsgewalt kann nicht vom Volk kommen. Weil im Volk das Recht nie da war. Niemand im Volk hat das Recht gehabt, dass er es delegieren hätte können. Und das versteht wohl jeder. Also wenn das Finanzamt kommt und sagt, wir müssen Steuern zahlen, dann muss man sagen, wo steht das? Artikel 1 Einkommenssteuergesetz heißt, Einkommenssteuerpflichtig sind ausschließlich natürliche Personen. Nicht der Mensch. Der Mensch ist niemals steuerpflichtig. Die Person ist steuerpflichtig. Und der Mensch wird aber als Person betrachtet. Weil nirgends steht das mit dem geistigen, sittlichen Wesen. Der Mensch wird immer als Person betrachtet. Und jetzt kommt was Neues. Wenn zum Beispiel der Mensch so wie ich hergeht zum System und sagt, liebes System, ich kann immer, ich verzichte auf die. Ich verzichte auf sämtliche Rechte. Danke. Was ist dann? Mir hat ein Jurist vom Finanzamt mitgeteilt, dass das nicht geht. Weil es ist im österreichischen Recht nicht vorgesehen, dass man darauf verzichtet. So ähnlich habe ich auch gelacht. Und ich habe dann gesagt zu ihm, schön, dass Sie das sagen, weil das ist der Beweis dafür, dass es geht. Also wenn es nicht vorgesehen ist, heißt das, es geht. Nein, es geht nicht. Dann müsste er sagen, habe ich gesagt, das gibt es nicht, hätte er sagen müssen. Das gibt es nicht. Dann stimmt es. Aber er kann nicht sagen, es geht nicht, ich tue es ja. Das gibt es nicht, dann stimmt es, weil er es nirgends finden kann. Er kann nicht nachschauen, wenn man auf das Recht verzichtet, was ist dann? Es steht nirgends. Das heißt auf Deutsch, das was wir machen ist nicht einmal illegal. Es ist nicht einmal illegal, es steht nirgends. Wir sind da vorher gestolpert über diese Sittlichkeit, wo steht in Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit. In Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam, berücksichtigt aber vielfach die Anforderungen der Sittlichkeit durch Milderung der Rechtsfolge des Rechtsbruchs. Das gibt es bei mir gar nicht. Es gibt keinen Rechtsbruch. Es steht nirgends. Wir verletzen auch keine Rechte, indem wir darauf verzichten. Das möchte ich einfach damit sagen. Es ist nicht gefährlich. Es ist nur ein kaltes Wasser, wo man einspringt, weil eben keiner weiß, was dann passiert. Aber in der Sittlichkeit ist eigentlich nicht viel Gefahr, wenn man es gut meint. Das Gute um seiner selbst will. Außerdem stimmt es gar nicht, was er gesagt hat. Weil ich kann sowohl aufs Recht verzichten. Ich kann zum Beispiel auf meine Erbe verzichten. Ich kann auch zum Beispiel aufs Wahlrecht verzichten. Wir haben jetzt hoffentlich ganz viel da mit der EU-Wahl. Mit der EU-Wahl. Ich erinnere mich daran, dass ich Hochdeuts sprechen soll. Entschuldigung, Oki-Tag. Ich bin so geschert. Die Oberösterreicher sind so geschoren, dass wir den Bauer in uns vergessen die ganze Zeit. Es tut uns eh leid. Wir können auch auf den Vorrang verzichten. Also man kann sehr wohl auf sehr viele Rechte verzichten. Es ist nur nicht vorgesehen, dass man auf alle gleichzeitig verzichtet. Okay, aber wieso nicht? Wir verzichten auf das komplette Rechtssystem. Und zwar auf das komplette positive Recht. Wer weiß aber nicht, was positives Recht bedeutet. Weil das hört sich so nach gut an. Positives Recht, das ist gutes Recht. Positiv bedeutet in dem Sinn nicht gut, sondern bedeutet aus dem Lateinischen aus, so wie es geschrieben steht, so ist es. Beziehungsweise so wirkt es. Müsst man besser sagen, nicht so ist es, so gilt es. So wirkt es. So wie es geschrieben, gesatzt ist, gesatztes Recht, so wirkt es. Positum if. Positiv. Gesetzt wirksam. Deswegen bedeutet auch positiv gut. Also es bedeutet deswegen gut, weil es bedeutet, so wie man es wollen hat, ist es worden. Positiv. Gesetzt wirksam. Deswegen bedeutet positiv gut. Es hat nichts mit gut zu tun im eigentlichen Sinn. Es ist nur THC positiv. THC positiv zum Beispiel. Es kommt eine Frage für wen? Oder vom Ort. Oder vom Ort. Genau. Daher die Einladung, dass man, wenn man auf das komplette Rechtssystem verzichtet, ein Spiel, das bedeutet, Mensch ärgere dich. Das erleben wir die ganze Zeit. Man kann das Spiel nennen, jeder gegen jeden. Sogar in der Familie. Jeder gegen jeden braucht Geld, Zinsen. Damit er irgendwelche Zinsen bedienen kann, die in der Geldmenge nicht enthalten sind. Das ist ein Urproblem, würde ich einmal sagen. Die Hauptursache für das alles, was wir da tun. Dass wir versuchen, uns zu lösen von dem Ganzen. Weil uns die Zinsen auffressen. Sonst könnte man das irgendwie vielleicht noch regeln. Aber wir erleben gerade einen Durchgang von einem System, vom Rechtssystem, wo alles verboten ist. So wie, das sage ich auch immer dazu, zum Beispiel in Österreich Autofahren verboten ist. Das wisst ihr alle. Dass in Österreich Autofahren verboten ist. Außer man darf es. Das ist immer die Dings. Außer du hast einen Zedl, wo draufsteht, du darfst das. Aber es ist prinzipiell verboten. Im Rechtssystem ist quasi alles verboten. Außer man darf es. Und in unserem System, wenn man so will, im Siedlichkeitssystem, ist alles erlaubt. Außer man darf es nicht. Und das ist genau die andere Seite. Das ist ein Nulldurchgang, wo jeder durchgehen muss. Zwischen, es ist alles verboten, außer ich darf es. Zu, es ist alles erlaubt, außer ich darf es nicht. Das kann man da hier rüben nicht reparieren. Das Rechtssystem, jetzt ist die Pointe da verloren gegangen. Das Ziel von dem Spiel war, der, der am Schluss am meisten hat gewonnen. Das ist das Ziel vom Rechtssystemspiel. Jeder gegen jeden, Planet Erde, Mensch. Jeder gegen jeden, Mensch ärgere dich. Wer am Schluss am meisten hat gewinnt. So kann man es ganz kurz erklären für Außerirdische. Genau. Das tun die eh von Haus aus, die Deutschen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Und wer am Schluss am meisten hat, hat gewonnen. Die Schwamme, der muss. Die Bayern geht. Ja, das sind ja... Österreicher. 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 Wirklich? Yeah. Ihr erinnert nur einmal jetzt an die Definition von Sittlichkeit, damit sich das jeder noch einmal durchsickern lassen kann. Sittlichkeit, das war die Gesamtheit der auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Und die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Ich möchte gerne ein Sittlichkeitssystem anregen, ohne großartige Regeln, aber mit so einem Grundtenor. Der Grundtenor soll sein, dass jeder Mensch deswegen, weil er geboren wird, nicht eine Betrachtung zur Verfügung gestellt kriegt, eine Person, sondern er kriegt ein System, eine Struktur zur Verfügung gestellt, die ihn optimal dabei unterstützt, dass er sich selber den Weg zum Glück findet. Jeder wie er mag. Und zwar nicht so, dass er über alle anderen drüberfahren kann, weil er weiß ja, er weiß ja im Sittlichkeitssystem, dass er sich dem Guten und dem Gewissen ausrichtet will, er kann Schaden auch richten. Meine Grenze für mich ist ja gleichzeitig meine Grenze für dich. Dass ich nicht über das, was ich nicht gestatte, mich bei dir hinwegsetze. Dass ich nicht das tun will, was ich nicht will. Das war das Schönere. Nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Sondern, dass man nicht tun braucht, was man nicht will. Das war die schönere Definition von Freiheit für mich. Ein System, wo alles bezahlt ist. Von Haus aus. Warum nicht? Warum sollen wir uns das nicht so organisieren, dass wir sagen, nur als Beispiel, Gedanke, wenn die Natur es schafft, dass man einmal im Frühling alles auf Null setzt und Ostern alles zum Wachsen und Blühen anfangen darf, dann sollte man eigentlich unsere Konten einmal im Jahr auf Null setzen. So wie die Natur das macht. Alle Schulden einmal im Jahr auf Null. Wieso nicht? Und jeder kriegt zu Ostern 100.000 aufs Konto. Und er kann dann machen, was er letztes Jahr nicht geschafft hat. Aber er kriegt einen neuen Anlauf, einen neuen Versuch jedes Jahr neu. Und wenn ich noch nicht 18 bin, dann habe ich es trotzdem gekriegt. Jedes Jahr. Und ich fange mit 18 mit 1,8 Millionen an oder so. Wieso nicht? Das braucht man sich nur anders einteilen. Mit einem anderen Geldsystem, eigene Geldschöpfung, die Monetative, die haben wir heute noch gar nicht gehört. Wir haben die Legislative, die Exekutive, die Judikative. Aber wir haben keine Monetative mehr in dem Land. Die Geldgebende Gewalt. Das ist die EZB heute. Wem gehört die EZB? Wer weiß das? Die EZB? Ja, ein Stück weit. Der ist die großen Bank. Bank. Privat. Privatbank. Rothschild. Rothschild. Rothschild, Rockefeller und Konsorten. Kennen Sie ja diese Leute? Rufen wir euch die an hin und wieder. Schicken euch die ein Flaschner Rothschild Weihnachten. Den kann man kaufen bei der Tankstelle. Den kann man ja bei der Tankstelle kaufen, genau. Im Vorbeifahren. Ich möchte euch einladen, einfach ein bisschen kreativ sein. wie wir, wenn wir angenommen kein System hatterten, wie wir taten. Das war jetzt schwierig für Deutsche wieder, gell? Das System ist ja... Du hast ja eh die Folie von der Tausend gepostet. Wir sind ja Personal. Wir müssen ja jeder von uns ein Gerät bekommen. Aber das ist anders organisiert. Das ist anders organisiert mit dem Personal. Ich möchte euch kurz noch etwas vorlesen. Du bringst mich da gerade dazu, weil vielleicht nicht jedem klar ist, warum ich da vorher vorher unterschieden habe zwischen Seerecht und Landrecht. Wir stehen in einer Situation gegenüber, da hat jeder Mensch sowas wie einen Reiseboss. Und der Reiseboss heißt auf Englisch Passport. Wisst ihr, was da gemeint ist damit? Mit Passport. Oder mit Airport. Oder mit Transport. Export. Oder mit Export. Und Import. Und Report. Und Deport. Was ist das für ein Hafen? Da ist immer von einem Hafen die Rede. Es ist immer Hafen. Es ist nicht Land. Es ist Hafen. Es ist sogar das Wort Porto. Hafen. Das ist Seerecht. Seerecht. Und ich möchte euch kurz vorlesen die Definition von Seerecht. Aus dem juristischen Wörterbuch. Seerecht ist die Gesamtheit der die See und die Seeschifffahrt betreffenden Rechtssätze. Das Seerecht ist teils Völkerrecht, teils staatliches Recht. Und jetzt kommt's. Es betrifft auch das Arbeitsrecht, das Versicherungsrecht und das Verwaltungsrecht. Fragt euch bitte, warum wir als Landlebewesen vom Seerecht betroffen verwaltet werden. Warum wir vom Seerecht betroffen arbeiten gehen und warum wir vom Seerecht betroffen versichert werden. Das Seerecht betrifft auch das Verwaltungsrecht, das Arbeitsrecht und das Versicherungsrecht. Wo wir gar kein mehr mehr haben. Wir haben ja mehr eins gehabt. Ja, ja. Wir haben ja mehr eins gehabt. Ja. Genau. Also nur als Beweis dafür, dass das ja wohl einer weiteren Recherche bedarf. Ich kann das nicht alles an einen Abend erzählen. Die letzten fünf Jahre sind wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich gewesen von dem Wissen, was auf mich eingeströmt ist. Aber ihr seht, das ist alles ein Buch, juristisches Wörterbuch, die Bibel, Lösungsheft. Kauft sich das, schaut sich das an. Ihr werdet das alles selber finden. Hier. Gibt es eine Frage? Er braucht aber jetzt einen. Ja, jetzt macht er es, genau. Jetzt macht er es. Ich sehe, dass es kommt. Bist du jetzt weit weg? Ja. Jetzt, wir zweig weg. Ja. Joe, es wird gefragt, Moment, so, jetzt bin ich auch da, es wird gefragt, einmal nach dem Luftrecht, dann wird gefragt, drei Fragen eigentlich zum Thema, und zwar von einer Userin, die nennt sich Preiselberger, Frage, sind die juristischen Wörterbücher überall mit ihren Definitionen gleich, zweite Frage, oder gibt es vielleicht von Autor zu Autor, von Jahr zu Jahr und Start zu Start Unterschiede, auf welche Aufgabe sollte man sich am besten, sollte man zurückgreifen? Das werde ich versuchen, den Bausch und Pogen zu beantworten. Luftrecht, kenne ich mich nicht aus, Luftrecht weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall nicht nach dem Luftrecht versklavt, sondern wir sind nach dem Seerecht versklavt gewesen. Die Frage nach dem Wörterbuch ist folgende, ich war vor zwei Wochen beim Gerhard Köbler, wir haben den Gerhard Köbler kontaktiert, das ist der, der das Buch geschrieben hat, Gerhard Köbler, juristisches Wörterbuch, der wirkt und sitzt in Innsbruck, hinter der Uni, und wir haben ihn getroffen, wir haben eineinhalb Stunden mit ihm gesprochen und er hat mir zum Schluss in mein Buch hineingeschrieben, alles Gute für ihr weiteres Wirken. 29.05.2014, Gerhard Köbler. Ist doch cool, oder? Das Interessante ist, der Gerhard Köbler hat zwar dieses Buch geschrieben, aber er kennt die Zusammenhänge nicht. Er hat zu mir gesagt, er hat sich selber schon öfter gefragt, warum irgendwann im Laufe der Zeit das Wort Mensch durch Person ersetzt worden ist. Mehr und mehr und mehr. Er publiziert ja ganz, ganz viel so rechtswissenschaftliche Bücher. Nicht einmal die Verfasser dieser Werke wissen da Bescheid, über die Verstrickungen im Hintergrund, wie das alles gelaufen ist. Das ist so viel hundert Jahre her, dass es einfach ein bisschen an der Arbeit und an der Suche bedarf, dass man das alles zusammenstüttelt, das Puzzle. Das ist ein riesengroßes Puzzle, Puzzle sagen die Deutschen, dass man das wieder zusammenschaufelt. Der Gerhard Köbler war sehr interessiert an dem, was wir ihm erzählt haben, hat aber dann gesagt, naja, er lasst uns da einmal weiter tun, weil das ist nicht das, was er, er macht ja quasi die Arbeit herüben. Und wir machen die Arbeit heraußen. Aber in Summe wissen die alle gar nichts. Ich habe mir gedacht, ich gehe zum Köbler und decke ihn auf und sage, jetzt habe ich die. Und er sagt, ah, erwischt. Nein, die wissen das nicht. Das war so der, der, ich war beim Landtagspräsidium in Oberösterreich vor sicher einem halben Jahr oder so. Und dieser Landtagsjurist, das ist immerhin der Chef vom Landtag, der ist juristisch betrachtet, die passen auf, dass der Landtag keinen Plätzchen baut. Und ich habe den gefragt, warum ich als Landlebewesen vom Seerecht betroffen verwaltet werden soll. Und er hat zu mir gesagt, er weiß es nicht. Das ist doch anders, hat er gesagt. Das ist doch so, wenn zum Beispiel ein Matrose auf hoher See arbeitet, dann muss er auch versichert sein und arbeiten dürfen. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Weil dann müsste ich ja da stehen, das Arbeitsrecht betrifft auch das Seerecht. Aber da steht, das Seerecht betrifft auch das Arbeitsrecht. Die schießen von der anderen Seite um. Das ist ein Unterschied. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Die wissen es nicht. Die Ausgabe ist da, meine ist die Nummer 14. Es gibt mittlerweile die 15. Auflage. Ich würde mir die letzte besorgen einfach. Weil da sind einfach die jüngsten Wortschöpfungen auch noch drinnen, die mit der EU zu tun haben und so. Da kommen ja immer neue dazu. Aber es ist ja praktisch vielleicht ein, zwei oder drei solche Bücher zu haben. Ich habe da Hause noch den Gabler Wirtschaftslexikon. Das sind acht solche Bände. Acht solche Bände. Ich kann das nicht mitnehmen immer, aber es ist spannend. Einfach einmal da zum Lesen und dann da zum Lesen. Und dann sieht man, da steht ein Wort drin, das steht da gar nicht drin. Und umgekehrt. Aber googelt es ein bisschen. Der Hauptwortschatz ist da drin. Hauptwortschatz juristisch. Damit kann man schon was anfangen. Das Ziel des Spielsiedlichkeitssystems, was ich vorschlagen darf, ist ein ganzer Neues. Das heißt einfach, wir vergessen den Rest, was bisher war. Wir überlegen uns, was wir bisher an Erfahrung gemacht haben. Wir eliminieren das Schlechte und kümmern uns wieder um den türkischen Konjunktiv. Alität. Eine neue Alität für uns alle. Nämlich, nicht Realität. Wir vergessen Re. Das ist ja schon eine Vergangenheit. Alität. Die neue Blickweise. Das Fazit für uns alle wäre. Wir kommen ja da rein, auch da her. Als allererstes empfehle ich das Selbst. Wieso ist das als zweites? Da kommt vielleicht noch was. Genau. Ich habe schon gesehen. Ganz oben möchte ich anfangen. Als. Deswegen habe ich das noch drüber geschrieben. Die wirkliche Weiche ist nicht Mensch oder Person. So wie ich geschrieben habe. Mein erstes Video hat gesagt, ich bin keine Person, ich habe eine. Die Erkenntnis meiner letzten paar Monate ist, nein, die Unterscheidung ist nicht Mensch oder Person. Die Unterscheidung ist am Als. Die Weiche, die sie stellt, ist als. Der Mensch wird in Paragraph 16 als Person betrachtet. Und in dieser Definition von Sittlichkeit steht drinnen, na von Menschenwürde, der Mensch als geistig-sittliches Wesen. Und es ist beides der Mensch. Die Person ist der Mensch und das geistig-sittliche Wesen ist der Mensch. Aber wenn der Mensch von sich aus eine Weiche stellen will, dann darf ich nicht sagen Mensch oder Person. Weil von der anderen Seite ist die Person der Mensch. Die Weiche muss stellen, muss stellen bei Als. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur darauf angelegt, dass er in Freiheit und Selbstbewusstsein, da, 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 da. Dann geht sie sich aus. Nicht Mensch, also eine Betrachtung oder Erscheinung. Genau. Ich bin ja keine Betrachtung, bitte. Ich bin eine Erscheinung. So wie ihr alle von euch. Jeder ist eine Erscheinung von innen außer. Und er macht sie, indem er sie mit der Person identifiziert, zur Betrachtung. Aber eine Person, das kann man nicht, wie sehr viel, das haben wir bisher immer geglaubt, dass man eine Person ablegen kann. Eine Person kann man nicht ablegen. Eine Person kann man nicht einmal angreifen. Eine Person, das ist die Betrachtung im Auge des Anderen. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Die Person ist die Betrachtung im Auge des Anderen. Nein, das kann ich auch nicht zurückschicken. Ich kann mich nur damit identifizieren, oder nicht? Erscheinung, das geht von mir innen außer. Die Frage ist nur, wie laut scheint mein Licht, dass der andere das sieht. Ich brauche nur das Licht lauter tragen. Wenn ich kann sagen, eine Person ist gesagt, dass es ein Spiel kommt von dir selber. Nein, es ist zuerst einmal die Betrachtung im Gegenüber. Also die Person hat mit dir nichts zu tun. Du wirst als deine Person betrachtet, obwohl du mit der Person nichts zu tun hast. Die hast du auch nie gekriegt in dem Sinn, wie ein Sicherheitswesten oder ein Regenschirm. Sondern es ist die Betrachtung im Auge des Gegenübers. Und dem muss man jetzt einfach sagen, Betrachtung wird nicht gestattet, ist nicht zulässig. Sondern wir bieten jetzt die Alternative und wissen, ah, es ist ein geistig-siedliches Wesen. Und dann kennt er sich aus, dann braucht er nur nachschlagen. Dann kann man sagen, schau nach, bei Menschenwürde, da findest du es. Und bei Siedlichkeit schaust du auch nur nach, in deinem eigenen Wörterbuch. Selbst. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wo sich jeder fragen sollte, wer ist es, der mich jeden Tag ein- und ausschüttet. Was bin ich? Wenn alles Schwingung ist, was bin ich dann? Was bleibt über von mir? Was macht mich aus an dem ganzen Ding da? Ist es nicht so, dass erst wenn ich nicht mehr da bin, irgendwer meinen Tod feststellen kann? Was bin ich dann? Selbst. Was ist mein Selbst? Wie kann ich mich selbst beherrschen, wenn ich nicht weiß, was ich selber bin? Wer ich selber bin? Wie kann ich mich selber lieben, wenn ich nicht einmal weiß, wer ich selber bin? Was ich selber bin? Wie kann ich im Außen selbst agieren, wenn ich nicht einmal weiß, wer ich selber bin? Und daher sollte man uns zuerst nach innen wenden und erkennen, wer wir selber sind. Was wir selber wollen, was wir selber tun. Selbst, selbst, selbst. Man hat uns das ausgeräht. Man hat immer gesagt, denke auch nicht an dich selber. Selbstliebe ist gar nichts und so weiter. Aber ich möchte euch ermuttern dazu. Es geht ja schon los, wenn man erkannt hat, wer man selber ist. Dass man dann nach außen irgendwas sprudeln kann. Sonst saugt man ja die ganze Zeit für sich selber auf. Wissenheit. Das Wort vom Anfang. Wissenheit. Das ist im Prinzip das, was jeder für sich auffüllen muss. Was wisst ihr alles über Glutamat, über Aspartam, über Fluorid, über Chemtrails, über Fracking, über Tiertransporte, über alles. Jeder hat so sein Level, wo er ein bisschen Bescheid weiß, wo er sich schon ein bisschen aufregt, wo er vielleicht schon aktiv ist, wo er vielleicht Vegetarier ist oder vegan ist oder keinen Alkohol mehr trinkt oder extra Siatronpasta gekauft, die kein Fluorid hat. Kaugummi ist ohne Aspartam sucht. Lauter solche Sachen. Beschäftigt euch mit dem, an Alität, die einfach da ist da draußen, die so ist, für jeden gleich, ohne dass ihr es ihr wisst, weil man es euch anders erzählt hat. Schaut euch an, was in den Essenslebensmitteln drinnen ist, die es kaufen könnt. Kauft es sich nicht mehr, wenn irgendein Scheiß drinnen ist. Da müsst ihr jetzt aktiv sein und Verantwortung übernehmen. Recherchieren, begreifen, verstehen. Und dann gehört der K-Punkt definiert, der kritische Punkt. Wann reicht es? Eigentlich muss man sagen, es reicht ja eh schon, weil sobald ich sage, es reicht, dann ist damit die Freiwilligkeit beendet. Auf der Freiwilligkeit aber alles passiert. Es ist ja Sklaverei verboten. Es muss freiwillig sein. Wenn also wer sagt, es reicht, dann heißt es, die Freiwilligkeit ist beendet. Und dann ist nur die Frage, was tue ich dann? Was kann ich machen, wenn es mir reicht? Hör ich jetzt auf zum Steuern zahlen? Was passiert dann? Holen Sie mich? Ermorden Sie mich? Was ist euch eine Angst? Fragt euch einfach, was ist die Angst, was passiert, wenn ich keine Steuern mehr zahle? Ein Kasseln zahlen Sie. Ein Kasseln zahlen Sie. Ein Kasseln zahlen Sie. Genau. Steuern ist wirklich eine Schutzgeld-Erpressung. Weil, wenn man zu dir sagen kann, zahl es oder ich sperre dich ein, dann ist das Schutzgeld-Erpressung. Und wie ich vorher gesagt habe, es hat niemand im Volk das Recht, dass er zu mir hergeht und sagt, zahl oder ich sperre dich ein. Ich kenne den gar nicht. Und der darf das? Dann möchte ich wissen, von wem hat er das Recht gekriegt. Er tut so, als hätte er es von euch gekriegt, weil er sagt, das Recht geht vom Volk aus. In Wahrheit hat das Volk aber das Recht nie gehabt. Also muss man erkennen, dass das Recht kein Volk haben kann, sondern nur vom Volk ausgeht. Steuern, das ist der Beweis dafür, dass es kein Volk gibt. Ja, ich bin der Meinung, das könnte man anders organisieren. Ohne Zinsen am Geld. Weil wir sagen, wir machen ein Krankenhaus und das Krankenhaus arbeitet so, dass wenn wer kommt, wird es zahlt. Von uns alle, von der Nationalbank. Das Krankenhaus sagt, da war einer da, der hat einen Gips gebraucht, bitte Gips. Und alle, die das gemacht haben, werden zahlt von uns alle. Und dann braucht keiner mehr zahlen, wenn er gesund ist, dass er ja nicht krank wird und Angst haben muss, sondern er kann sich darauf verlassen, wenn er krank ist, wird er von allen anderen wieder gesund pflegt. Genau. Einfach umdrehen. Die ganze Aktion umdrehen. Und wir konnten das alles regeln. Das Geld dann schöpfen, wenn irgendeiner von uns es gebraucht hat. Und der Rest gewährleistet, dass es auch da ist, an Substanz, an Wert. Das war schön. Aber wie macht das dann im Übergang jetzt? Also, dass man da noch Zeit zu essen kriegt und wohnen kann, bis es möglich ist. Das gilt es jetzt vernünftig und erwachsen auszumachen. In dem Bewusstsein, dass eh alles wächst. Lichtnahrung. Lichtnahrung, kann ich euch nur empfehlen. Das reden wir nachher dann bei Frage-Antwort. Ich mache es schnell fertig, okay? Ich mache es schnell fertig, lasst uns die Fragen dann später diskutieren, weil ich bin eh fast durch. Was habe ich denn noch? Klappung definieren. Genau. Was tun wir, wenn es uns reicht? Das ist die letzte konsequente Frage. Was tue ich, wenn es mir reicht? Ich kann sagen, es reicht. Aber was tue ich dann? Fragt sich, dreht sich um auf Beziehung. Wenn wir sagen, wir haben eine Beziehung und wir kommen drauf, unser Geliebter oder Geliebte bescheißt uns. Zuerst habe ich nur einen Verdacht. Ja, dann denken wir uns so, schau mal jetzt ein Zeil zu und irgendwann denkst du, jetzt rede ich so. Jetzt rede ich noch. Hey, du bescheißt mich. Und dann sagt die Liebe oder der Liebe sagt, nein, 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 ich kann alles erklären, das sieht alles ganz anders aus und das ist im Wald ganz anders. Und jetzt wird so verdächtig still der Herrger. Und dann schaust du ein Zeil zu und denkst, oh, wird schon stimmen, passt ja, wir sind eh so. Und dann denkst du, nein, komm, jetzt weiß ich es. Und wenn du dir sicher weißt, dann ist die Frage, was du tust? Was machst? Ausschreiben. Schreibst einen Brief, rufst an, schickst SMS, E-Mail, bist einfach weg. Redest überhaupt, ein Facebook-Status ändern, genau. Es ist kompliziert. Es war kompliziert. Aber ernsthaft, fragt sich bitte, was tust du in so einer Situation, wenn es wirklich da um Partnerschaft geht? Redest überhaupt noch oder bist einfach dahin? Irgendwann, wenn du irgendwie merkst, so alles reicht. Es reicht. Oder schreibst du einen Brief. Ich meine, ich habe immerhin nur einen Brief geschrieben an die Regierung und habe gesagt, ich habe das Gefühl, da passt was nicht. Ich komme in Frieden und so weiter. Genau, wir sind bei der Umsetzung. Wir sind bei der Umsetzung. Als allererstes bleiben wir beim Geld. Ich habe vorher kurz erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass Geld ja nichts anderes ist wie ein Symbol für etwas, so wie die Zeit unserer Sonne symbolisiert, die Schrift, die Sprache symbolisiert und ganz viele andere Sachen symbolisiert. Was symbolisiert Geld? Energieausgleich. Energieausgleich. Also Geld symbolisiert Energie in irgendeiner Form offensichtlich. Ob es vielleicht Energie ist, ist es noch so abstrakt. Du kannst schwer etwas Abstraktes mit etwas Abstrakten beschreiben. Du kannst ja nicht sagen, Geld ist Zeit. Weil Zeit ist auch genau so eine Illusion wie Geld. Tauschen, das tut man damit. Die Natur tauscht nicht. Ich habe noch nie zwei Lebewesen gesehen, zwei andere Menschen, die sich etwas zusammentauschen. Also kann man nicht sagen, Geld symbolisiert Tauschen, weil die Natur kein Tauschen nicht. Doch die Natur kann tauschen. Jetzt haben wir Sommer und dann tauscht es irgendwann am Winter dabei. Naja, es ist aber kein Tausch in dem Sinn. Es ist kein Tausch. Aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist kein Tausch. Transformierung. Transformierung. Es ist ergeben auf jeden Fall. Ich möchte euch da nicht so lange auf die Folter spannen, wo ich gedanklich hin will. Irgendwer hat in einem Vortrag einmal gesagt, Joe, du sagst doch mal, Geld ist Zeit. Aber das stimmt nicht ganz. Und er hat recht gehabt. Geld ist nicht Zeit. Zeit ist genauso eben nichts anderes wie eine Definition für etwas, was es gar nicht gibt. Also kann man nicht sagen, Illusion ist Illusion. Oder Symbol ist Symbol. Und also muss man sagen, Zeit hat nur eine Qualität mehr. Geld ist für mich, und hoffentlich auch für euch, vielmehr eine Beziehung. Also eine gewidmete Zeit. Zeit, ja, ist ja eine Lebenszeit, aber es ist eine Widmung, eine absichtliche Fokussierung mit einer Widmung. Da wo zum Beispiel der Vogel sein Nest baut, ist das genau dieselbe Währung, wie wenn einer sich Auto putzt. Oder wenn einer ein Feld anbaut oder einen Stein ausgrabt und schleift oder Geld sucht. Einfach Widmung. Die Widmung seiner Zeit. Was tue ich mit mir? Was tue ich mit meiner Zeit? Die Widmung. Und das symbolisieren wir mit unserem Geld. Das funktioniert für alle gleich. Wir symbolisieren Beziehungen. Beziehungen zueinander, wo wir uns gegenseitig widmen. Und der Wert im Geld, warum funktioniert es, das habe ich mich auch gefragt. Der Wert im Geld ist für mich die Tatsache, dass wenn ich keine Beziehungen habe, dann habe ich nur mich. Und wenn ich viel Geld in der Hand habe, dann habe ich ganz viele Beziehungen in der Hand. Sehr klar. Das heißt, der Wert im Geld, dass ich es will, das sind die Beziehungen, die ich nicht habe. Geld symbolisiert nichts anderes als die Beziehungen, die ich nicht habe. Fehlende Beziehungen. Fehlende Beziehungen. Für die Deutschen jetzt, genau, danke. Fehlende Beziehungen. Das ist unser Geld. Und daher kann man ruhig sagen, lasst uns in Beziehungen treten zueinander. Und Geld wird immer weniger wichtig sein. Und man merkt das ja im Kleinen, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Da wo ich Beziehungen habe, da brauche ich kein Geld. Und wo ich keine Beziehungen habe, da brauche ich kein Geld. Brauchen wir Beziehungen statt Geld. Ausmisten. Das habe ich vorher kurz erwähnt. Ausmisten in allen Bereichen. Sei es körperlich, sei es psychisch, sei es auch in der Umwelt, in diesen ganzen Industrien, die wir verwenden. Ausmisten, ausmisten, ausmisten. Anschauen, was ist gut, was dient uns, was dient alle, oder was dient nur die paar, die das Geld verdienen damit. Und da gehört unbedingt ausgemistet. Wir sind bei Glutamat, Aspartam, Fluorid, alle diese Dinge. Um nur die ersten paar zu machen. Facebook, Twitter, Fernsehen, Zeitungen. Ausmisten. Richtig. Gedankenhygiene, körperliche Hygiene. Wassertrinken statt Bier, Schnaps, Wein. Und so weiter. Die Energie, das ist wieder Hauptthema von mir. Ich möchte, dass die Leute aufhören, Schuldige zu haben. Immer gegen wen schimpfen. Das bessere System, die bessere Polizei, die bessere Exekuter. Die sind alle lieb. Die sind alle lieb. Und eigentlich arm. Weil die glauben so fest dran, dass das echt ist, was da passiert. Die sind viel ärmer als mir. Weil die fallen wirklich in ein Loch. Wenn keiner mehr dran glaubt. Was sollen die tun? Die ganzen Richter. Die ganzen Banker. Die ganzen Politiker. Die sind ja alle arbeitslos auf einmal. Großteil davon. Lasst uns die Energie in euch fokussieren. Nicht auf die Schuldigen. Nicht auf das Bäse, was bisher war. Sondern in Fantasie. Was können wir mit unserem Geist, mit unserem kreativen Geist alles schaffen, wenn wir sagen, lasst uns ein System bauen, wo alles bezahlt ist. Und es keinen Grund mehr gibt, dass man nicht mehr grenzt. Dass man sich gefreut aufs Aufwachen. Dass man nicht Angst hat vom nächsten Tag, weil vielleicht wieder wer anleitet. Oder da ist es noch nicht fertig zu alt. Und da muss man noch, dass wir uns wieder gefreut, dass wir aufwachen jeden Tag. Aufwachen. Das ist eine Folge davon, glaube ich. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann geht der Vorhang immer weiter auf. Und man ist irgendwann munter. Guten Morgen. Und dann ist es ein Schritt, ein kleiner Schritt zum Austritt. Wer dann bereit ist, der sagt, so liebe System, ich habe dich jetzt so weit durchschaut. Je länger, dass ich mit dir mitmache, umso größer ist der Schaden, der passiert. Auch durch mich. Dann muss ich sagen, so, jetzt tue ich irgendwas. Keiner sagt, dass jeder jetzt sich zum Freeman erklären muss. Es ist ja völlig egal, wie er sich nennt, er kann sich ja selbst nennen oder Wesen oder irgendwas. Hauptsache ist, er tut irgendwas. Das ist wichtig. Es muss nicht uns nachmachen oder auch machen oder was auch immer. Sondern Hauptsache ist, er tut irgendwas. Und wenn er zum Beispiel nur mehr die teurere Milch kauft, damit der Bauer mehr verdient. Oder irgend sowas. Irgendwas tun. Irgendwas tun. Aktiv sein. Im Großen und Ganzen haben wir uns letztes Jahr überlegt, wie können wir die Menschen ein bisschen informieren. Ich habe es jetzt auf meinem Auto draußen gesehen. Welcome to Freedom. Es ist nicht jeder in der Lage, dass er sich zum Freeman macht oder erklärt. Weil er noch Angst hat, was ist mit meinem Haus, was ist mit dem Ding, mit der Familie, mit der Arbeit. Wie geht das alles? Wir sammeln auf dieser Welcome to Freedom Homepage haufenweise Informationen zusammen. Über alle möglichen Bereiche. Mensch, System, Erde. Das sind unsere drei Hauptkategorien. Und wir wollen euch anregen zum Mitmachen, zum Beitragen, zum Recherchieren, zum Lesen. Informiert euch. Über die Homepage kann man uns auch unterstützen. Nebenbei gesagt, da gibt es so einen Donate-Button. Wenn einer glaubt, der hat jetzt leider keine Zeit. Aber er möchte was tun. Dann können wir das für einen machen. So ein kleiner Ablasshandel hat das früher geheißen, oder? Karma-Ablass. Wir sind recht froh, wenn uns irgendwer unterstützt. Ich sage das absichtlich dazu, weil wir das alles auf eigene Kosten machen. Wir sind voriges Jahr unterstützt worden von Frank Stronach. Danke Frank. Das ist deswegen cool zu erwähnen, weil wenn auch Frank Stronach das Freeman-Bewusstsein unterstützt, gehört das erwähnt, ich bin unregierbar. Wir sind unregierbar. Das ist ein Politiker, oder? Das ist ein Politiker. Und der wollte die Gesellschaft verbessern. Er hat eh nichts gerissen in der Politik. Das ist eh schief gegangen. Die Beschwenden da sogar. Ja, 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 die haben den total verrissen und alles. Aber die Absicht war eine gute. Aber du kannst nicht das System aus dem System außer reparieren. Ob das ein Pepe Grillo in Italien ist, die Alternative für Deutschland oder der Ding. Es kann nicht gut gehen. Es kriegt keine Energie mehr, keine Unterstützung. Das Universum unterstützt das nicht mehr. Wir können unterstützt. Wir können unterstützt, die wir uns da treffen. Alle wir. Nicht in der Politik. Sondern die hier außen das Ganze heilen wollen. Aber es ist halt, es hat sich noch nicht so umeinander gesprochen. Deswegen sage es ich noch, dass wir unterstützt können. Und wer dann so weit ist, dass er alles weiß und der Kreis sich schließt, dass er sagt, okay, jetzt kann kommen wer will. Zu mir kann kommen wer will. Und ich werde ihm erklären können, juristisch, warum er für mich nicht zuständig ist. Und wenn es er nicht versteht, dann sage ich, ich hole mir deinen Juristen, deinen besten Juristen. Und ich möchte euch ein bisschen die Angst nehmen, ich bin Musiker. Ich habe das nie gelernt. Ich habe das einfach jetzt in den letzten paar Jahren, zwei Jahre habe ich jetzt gelesen, ein bisschen überlegt und nachgedacht. Und es wird immer einfacher. Ihr braucht sich überhaupt nicht fürchten von irgendwelchen juristischen Definitionen. Man braucht sich nur einmal darauf einlassen. Und dann ist man bereit für die Freeman-Erklärung. Die Freeman-Erklärung in Kürze. Das mache ich schnell auf. Das heißt, ich bin Mensch. Einfach nur einmal festgestellt, ich stelle fest, ich bin Mensch. Heute weiß ich, ich hätte schreiben müssen, ich bin geistig-siedliches Wesen. Nicht Mensch, weil Mensch ist ja auch eine Person für das System. Ich bin geistig-siedliches Wesen, hätte ich schreiben sollen. Außerdem stelle ich fest, ich bin du. Wir sind alle genau das Gleiche. In La Cash. Das System würde mich, obwohl ich eigentlich zum Frieden da war, genau zum Gegenteil verpflichten. Ich muss Zinsen verdienen, damit ich irgendwem eine Provision zahle, nur weil ich am Leben bin. Das kann ich nicht akzeptieren. Da muss ich aussehen. Ich identifiziere mich nicht länger in meiner Person. Ich identifiziere mich nicht länger in meiner Person. Der Unterschied dazu wäre, was ist der Unterschied zwischen einer Identität zum Original? Wie heißt das Original? Authentizität. Authentizität oder Authentität. Dann ist es nicht identisch, sondern ist es authentisch. Immer wenn man identisch ist, dann wisst ihr selber, dann gibt es ein Zweites. Sonst könnte es ja nicht identisch sein. Aber mir gibt es nur einmal, ich bin eigenartig, einzigartig. Wir authentifizieren uns in Zukunft. Nicht mehr identifizieren. Wir authentifizieren uns. Wir sagen sogar, Identifikation ist nicht möglich. Es ist ausgeschlossen. Weil wir uns authentifizieren können. Ich verzichte auf jegliches positive Recht. Danke, nein. Brauchen wir nicht. Ich gehe schaukeln. Mir reicht es, ich gehe schaukeln. Sinngemäß. Ich habe auch noch dazu geschrieben, ein paar Stundensätze. Einfach, falls das System mit mir Geschäfte machen will oder mich dazu nötigt, habe ich eingeschrieben, was das kosten könnte. Und die Stundensätze variieren bei mir zwischen 500, 5000 und 50.000 Euro. Je nachdem, was passiert. Eine lästige Verkehrskontrolle würde ich mit 500 Euro verrechnen. Eine Gesetzesüberschreitung oder eine Befugnisübertretung mir gegenüber mit 5000 Euro in der Stunde. Und Gewalt, Handschellen, Entführung, Verschleppung, Verhoffnung mit 50.000 Euro in der Stunde. Das sind meine Stundensätze. So sich jeder einfach auch seine Gedanken machen, was würde das kosten, würde er es verrechnen können. Anders gesagt, Kinder damals ja, würde er es bezahlt bekommen. Bezahlen dann sie es nicht. Aber ich habe große Forderungen gegen die Republik. Und dann habe ich noch geschrieben, alles Liebe. Ohne irgendwelche großartigen Vorwürfe. Ich habe dann noch zehn Tage Zeit hingeschrieben. Ich habe zehn Tage Zeit, um mit mir darüber zu verhandeln. Da hat sich keiner gemeldet bei mir. Und seitdem kann ich behaupten, ich habe eine Vereinbarung mit der Republik Österreich, in der er drinnen steht. Ich habe es geschickt an den Bundeskanzler, an die Innenministerin, an den obersten Gerichtshof und an den Landeshauptmann von Oberösterreich. Heute wissen wir, dass es nicht der Landeshauptmann, der braucht das gar nicht. Der Landeshauptmann, der schickt nämlich zurück, danke für die Info, ist nicht rechtswirksam, wir nehmen es zur Kenntnis. Und zwar deswegen, weil das Land offensichtlich nicht für einen Personalverband zuständig ist. Das Land kann das nur zur Kenntnis nehmen, aber Personalverband ist natürlich Bundesangelegenheit. Also braucht man es in den Land nicht schreiben. Hat es da einen Rückgang gerade gegeben? Es hat keinen Rückgang gerade gegeben. Der oberste Gerichtshof hat mir zurückgeschrieben, dass er nicht zuständig ist. Das heißt jetzt, du für dich dazu auszusteigen? Genau. Es gibt ja das Lösungsheft. Und im Lösungsheft steht zum Beispiel drinnen, wie heißt das, Anerkenntnis. Anerkenntnis. Anerkenntnis ist im Privatrecht bezüglich des Neubeginns der Verjährung das rein tatsächliche Verhalten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, aus dem sich das Bewusstsein des Bestehens des Anspruchs unzweideutig ergibt. Versteht's? Aha, das verstehst du wirklich nicht. Ergibt. Im Zivilverfahren soll ich das nicht in der Erklärung des Beklagten an das Gericht, dass der vom Bekläger geltend gemachte Prozessoransprachbeschef war auf den Antrag. Schuldanerkenntnis. Anerkenntnis. Zustimmung. Das habe ich jetzt, ich muss das schnell ersuchen. Entschuldigung. So ist es ein Wahnsinn. Aber ich habe es in den Satz gehört, ich meine, ich lese ihn nur einmal. Beziehungs. Das rein tatsächliche Verhalten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, aus dem sich das Bewusstsein des Bestehens des Anspruchs unzweideutig ergibt. Oh, jetzt ist es schon klar. Einwilligung. Sie können sich formlos erklären, das Einverständnis. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es nicht auf die Schnelle. Aber du hast es vorher gesagt, es ist doch so, wenn man uns einen Brief schreibt vom System her und man kriegt einen gelben Zetel, dann steht drauf, gilt als zugestellt. Obwohl man das nie gekriegt hat. Du kriegst einen gelben Zetel, benachrichtigt, RSA, RSB Brief. Du kriegst einen gelben Zetel, da steht drauf, gilt als Zustellung. Und dann werden wir so behandelt, als hätten wir es bekommen. Und genau so kann man den Spieß umtrauen und sagen, ich habe das gewusst, zehn Tage Zeit, ich habe es nicht gesprochen, natürlich ist das so. Eingeschrieben. Eingeschrieben. Eingeschrieben, das ist natürlich. Ich habe mich kurz zum Vorrang, unzweideutig, das heißt, das war ein dreideutig, das war ein Dreideutig, das war ein Dreideutig, oder? Eigentlich ja, in die andere Richtung geht das auch. Unzweideutig, bitte vierdeutig oder so, genau. Es wird davon ausgegangen, wie gesagt, es wird davon ausgegangen, es wird uns unterstellt, präsumtiv, dass wir das Volk sind. Davon wird ausgegangen, es wird vom Volk ausgegangen. Und da muss man hingehen und sagen, ich bin nicht euer Volk. Sucht euch ein eigenes Volk. Rechtssystem. Sucht euch ein eigenes Volk, ich bin immer dein Volk. Ganz im Gegenteil. Ich bin souverän. Wieso hat sich der Schwiereradrat gerade? Du wirst aber wegen einem anderen Dings gestraft. Du kriegst eine Strafe wegen Nicht-Auskunft. Nicht wegen der Schnellfahren. Genau, du kriegst eine Strafe wegen Nicht-Auskunft. Aber du musst mir nicht klar machen, dass man in der Einer Personal ist. Und ich habe immer wieder ein paar Schriftstücke im Internet veröffentlicht. Schreibt sie mir das. Schreibt sie mir das zurück. Nein. Nein. Ich habe zum Beispiel, weil wir gerade davor reden, gestern auf der Gemeinde vorgegangen den Brief abgeben. Es geht um das Meldegesetz. Mir wird vorgeworfen, dass ich mich nicht gemeldet habe und dass ich mich melden muss. Jetzt war schon die Polizei bei mir. Und ich habe gesagt, ich muss mich melden. Ich habe gesagt, nein, ich muss mich nicht melden. Ihr glaubt es nur. Und jetzt habe ich Ihnen einen Brief geschrieben und ich lese euch den schnell vor zur Inspiration. Okay? Und der Brief heißt Residenzurkunde. Residenzurkunde. Liebe Mitmenschen, liebe Beamte im Dienste der Republik Österreich. Hiermit wird Ihnen mitgeteilt, dass ich, das geistig-siedliche Wesen Mensch, Joe Kreissel, nicht gemäß Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen, in Klammer-Meldegesetz, in Österreich meldepflichtig bin. Ich bin nicht Teil des Volkes der Republik Österreich, befinde mich nicht auf dem Bundesgebiet und stehe als Wesen seit meiner Vereinbarung mit der Republik Österreich vom 14.03. nicht mehr im Personalverband derselben. Es ist daher nicht zulässig, davon auszugehen, dass ich nur am Unterworfen sei. Ich bin nicht gemäß §16 ABGB als Person zu betrachten, sondern, und dies bestätigt diese Urkunde, als geistig-siedliches Wesen. Ich bin souverän. Das bedeutet, dass ich nicht den Statuten, Normen, Ordnungen oder dergleichen des Rechtsstaates Republik Österreich unterstehe, sondern einzig und allein den Naturrecht von Erde. Wenn Sie in dieser Angelegenheit ein wenig recherchieren, in Klammer, was ich Ihnen auf jeden Fall empfehle, dann werden Sie bemerken, dass das Verwaltungsrecht, in Klammer und das Meldegesetz fällt da hinein, vom Seerecht betroffen wird. Da es sich bei mir um ein Landlebewesen handelt, werden Sie verstehen, dass ich mich aufgrund des geopolitischen Wahnsinns ins Naturrecht zurückgezogen habe. Seerecht ist ein fiktives, positives Recht und richtet sich im Gegensatz zu mir nicht am Guten und am Gewissen aus. Deshalb musste ich diesen Schritt vor etwas mehr als zwei Jahren setzen. Naturrecht kann man jedoch nirgendwo nachlesen, man könnte allerdings auch Hausverstand dazu sagen. Meine einzige Regel im Leben lautet Nichts nehmen. Kein Mensch hatte in der Natur das Recht, einem anderen Menschen etwas wegzunehmen. Wobei es zu berücksichtigen gilt, dass man jemandem viel mehr nehmen kann, als nur seinen Besitz. Man kann jemandem die Würde, die Freiheit, die Souveränität, die Meinung, sein Vermögen etc. nehmen. Dazu hat jedoch niemand das Recht, nicht an Land. Aus diesem Grund wird Ihnen wohl einleuchten, dass niemand im Volk jemals über solch ein Recht verfügen konnte. Niemand kann also dem Staat das Recht übertragen haben, jemandem etwas wegzunehmen. Zumindest niemand aus dem Volk. Obwohl das Volk eigentlich in dem Glauben gehalten wird, das Recht käme von ihm. Der Satz im BVG, Österreich ist eine Demokratische Republik, Ihr Recht geht vom Volk aus, bedeutet nicht, dass das Recht, von dem Sie meinen, es würde mich treffen, vorher beim Volk war. Dieser Satz bedeutet, dass die Republik Österreich kein Volk hat und daher nur von ihm ausgehen kann. Bei mir braucht das Recht von gar nichts auszugehen. Ich spiele nicht mehr mit im Rechtssystem. Ich befinde mich in der Sittlichkeit. Bitte respektieren Sie das und ersparen Sie sich und mir einen Haufen lästiger Schreibarbeit. Um des Friedens willen teile ich Ihnen jedoch hiermit mit, wo Sie mich antreffen können. Meine Residenz befindet sich in Illingbuch, frühere Hausnummer 2. Es handelt sich hiermit urkundlich nicht um meine Unterkunft, sondern um meine Residenz. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die natürliche Person Johannes Ewald Kreislauf 14.11.70 trotzdem von Amts wegen melden müssen, um selbst nicht in Schwierigkeiten zu geraten, mache ich Sie höflich darauf aufmerksam, dass es unzulässig ist, mir dafür Kosten jeglicher Art zu verrechnen. Außerdem erwarte ich dann selbstverständlich eine 50-prozentige Beteiligung an den Einnahmen, die ihrerseits in Zusammenhang mit meiner Person, mit dem Land oder dem Bund oder der EU oder so folglich gemacht werden. Das ist ein Versuch. Weiters bedeutet diese Mitteilung nicht, dass ich mich der Verwaltung, Gerichtsbarkeit und so weiter der Republik Österreich unterwerfe. Ich versichere Ihnen jedoch, dass ich in friedlicher Absicht lebe und es alleine schon aus dieser Tatsache heraus keinen Anlass gibt, jemanden oder etwas von mir zu beschützen. Ich stehe Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung, bedanke mich für Ihr Interesse an einer lebenswerteren Welt, für uns alle und wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Joe Kreisel, Geistlich-Siedliches Wesen auf Planeten Erde, Kreditor der Republik Österreich, frühe registrierte Personalbetrachtung, 2057, 1970, Johannes Eberl. Schreibt sich einer sowas. Schreibt sich einer sowas. Alle in euch eure Wort. Ich tue das eh ins Internet, solche Sachen. Bist du jetzt gemeldet? Nein, ich bin nicht gemeldet. Dann kannst du natürlich auch kein Fahrzeug anmelden. Das ist gut. Wie wäre ich mit einem anderen System weiter? Dazu muss ich vorhin nicht sagen, das Auto, was ich jetzt fahre, ist auf mein Fahrzeug angemeldet, weil wir damals noch nicht gewusst haben, was passieren wird. Eh klar, wir haben uns da ein bisschen absichern müssen. Und das macht ja nichts. Ich fahre mit einem Auto, das ist angemeldet und das passt. Allerdings würde ich jetzt der Konsequenz sein und die Möglichkeit nicht haben, dann würde ich das Auto abmelden, mir meine eigene Nummerntafel schreiben, draufschrauben und weiterfahren. Das stimmt, ich würde ja auch noch spüren. Ja, passt. Nein, nein, in dem Fall gibt es auch dieser Souveräntheit oder Königreich aufgerufen. Genau. Das muss ich jetzt einfach herumsprechen. Das muss ich herumsprechen. Ich weiß voll, was... Du musst schaust. Es gibt ja Versicherungsschutz. Ja. Und wenn die Kartei noch aufgerufen wird, dann... Ja, ja, Achtung. Achtung, kurz noch aufpassen mit. In Oberösterreich ist es zum Beispiel so. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal das Problem gehabt habt, dass zum Beispiel die Versicherung nicht zahlt war beim Auto. Ja. Was passiert dann, wenn es die Versicherung nicht einzahlt? Dann kommt irgendwann von der BH, kommt ein Brief, da steht drauf, Kennzeichen abgeben oder VB, Versicherungsbestätigung. Und du hast normalerweise in Oberösterreich 14 Tage Zeit dafür. 14 Tage. Dauert sogar teilweise länger. Also kann es durchaus passieren, dass da irgendwo auf der Straße einer entgegenkommt, der gerade 14 Tage oder vier Wochen Zeit hat, dass er die VB bringt und nicht versichert ist. Obwohl die Versicherung schreibt, Sie sind derzeit ohne Versicherungsschutz unterwegs. Nein, er ist immer versichert. So lange ist die Klingzeitenkauf, ist er versichert. Ist er versichert? Na bitte, passt. Dann stehen wir... Hört zu bitte, das ist doch spannend. Die BH schreibt einem Brief, Sie sind ohne Versicherungsschutz unterwegs. VB oder Tafel. Und dann sagst du, aha, Maria, ich muss uns tun, ich bin jetzt versichert. Und dann sagt der Versicherer, bist du ja versichert? Dann wird es ruck um die Kulanz und Dings und dann geht gar nichts mehr. Aber ich rede nicht über Versicherungen. Ich rede ja nicht über Schaden. Lasst uns versichern. Lasst uns eine Versicherung gründen. Die Free-Mine-Versicherung. Und wenn irgendwas in unserer Community bleibt, dann wird das zahlt. Macht kein Problem. Es geht um die Autotafel. Das Auto ist registriert in einem Register. Das geht der Republik Österreich. Und deswegen fährst du in die Gerichtsbarkeit der Republik Österreich. Ich habe den Juristen am Land gefragt, freiwillige Gerichtsbarkeit. Da landen wir nämlich. Und bei freiwilliger Gerichtsbarkeit wird es spannend. Er hat zu mir gesagt, das gibt es nicht in Österreich. Ich habe gesagt, scheiße. Gerichtsbarkeit. Gerichtsbarkeit ist folgendes. Gerichtsbarkeit ist im weiteren Sinn die auf Verwirklichung der bestehenden Rechtsordnung gerichtete Tätigkeit des Staates. Sie zerfällt in verschiedene Sachen. Unter anderem gibt es dann die Freiwilligen. Und zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gehören sachlich vor allem Vormundschaftssachen, Familiensachen, Betreuungssachen, Unterbringungssachen, Nachlasssachen, Grundbuchsachen und Registersachen. Und ich habe den Landesjuristen gefragt, wessen freier Wille ist dogmant. Meiner oder euch aber. Und er hat zu mir gesagt, das gibt es bei uns nicht in Österreich. Das heißt bei uns, außer Streit verfahren. Außer Streit. Also, Registersachen, Familien, Nachlass, Betreuung, das ist in Österreich außer Streit. Freiwillige Gerichtsbarkeit. Zwar Leute streiten nicht und irgendwer Dritter macht das. Freiwillig. Wenn du dich in ein Register eindrückst, ob das das zentrale Mörderegister ist oder ein Blumenbuch oder irgendein anderes Register, bist du in Österreich automatisch in der Außerstreitgerichtsbarkeit. Und damit natürlich in dem ganzen Verwaltungskonstrukt-Rechtssystem drinnen. Wenn ich eine Tafel habe auf mein Auto, das nicht angemeldet ist, dann bin ich nicht in der Gerichtsbarkeit der Republik Österreich. Da kannst du Polizist sein und sagen, das ist aber schon gefährlich, was sie da machen. Und ich werde sagen, haben sie recht. Aber es wird nichts ändern, dass du nicht zuständig bist für das, was ich tue. Ich bin vernünftig und verantwortungsvoll genug, dass ich nicht grob vorlässig unterwegs bin. Das ist ja meine Pflicht. Aber es steht in keiner Autorität irgendwo, dass er über den Souverän irgendwas entscheidet. Aber es geht nicht. Der Mensch ist absolut unregierbar. Der Mensch ist souverän. Der Mensch ist nur als Person den Statuten unterworfen. Und die Person, die macht er nicht selber, sondern die Person ist in der Betrachtung vom Anderen. Und zwar laut §16, der Mensch hat Rechte und ist daher als Person zu betrachten. Das ist der Knackpunkt. Lass uns auf das verzichten. Und wie wir mit dem Auto tun, ich verstehe die Problematik grundsätzlich. Und ich habe nicht für alles die Lösung. Aber ich habe mir sehr konkrete Gedanken gemacht darüber. Ich würde meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse aufs Auto hinten draufschreiben. Steht eh jetzt auch schon drauf. Und damit ist gewährleistet, dass man mich finden kann. Und ich laufe auch nicht davon, wenn was passiert. Also wofür anmelden? Dass ich steuern soll? Nein. Nein, das kann nicht der Grund sein, dass ich das Auto anmelde. Darf ich mir selber malen? Darf ich mir selber malen? Telefonnummer draufschreiben und fertig. Das ist der Name drauf, wie wir wollen. Aber das, was jetzt wahrscheinlich faktisch noch passiert ist, ist, dass die wahrscheinlich losstehen, wo auch nicht. Das kann sein, aber nur, weil es er nicht versteht. Okay. Aber es gibt in Deutschland zum Beispiel die Organisation Terrania.org und die fahren mit eigener Autotafel schon spazieren. Die sind den Schritt schon gegangen. Die werden nicht abstehen. Nein, nein, nein. Geht gar nicht. Informiert euch da bitte. Der erste ist da noch ein Führerschein und die Informatenpost von Terrania. Klaus, du... Ja, genau. Das war der Pucki für Okidog. Der Pucki hat gerade in Kamerateid. Wer hat noch was da von Terrania? Klaus, du hast einen Terrania-Ausweis? Das heißt, das ist ein Lachdisch. Genau. Schaut euch das an bitte. Terrania.org im Internet. Die sind in Deutschland und sind da sehr aktiv und es geht um dieselbe Thematik die ganze Zeit. Person, Mensch, Dings und so weiter. Du musst heim. Danke dir. Ich danke dir. Danke. Alles Gute. Fertig. Jawohl. Ja, liebe Leute, die letzte Folie, ihr habt es ja schon gesehen, ich war im Prinzip vorher fertig. Jetzt beschließe es einmal offiziell und sage danke für die Aufmerksamkeit. Geil? Jawohl. Be free. Ja, ja, ja. Maniolo. Ich möchte noch... Danke, danke, danke. Wirklich. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Maniolo bedanken. Danke, Maniolo, für den Einsatz, für die Organisation, das Zamtrummeln von Delight. Danke an Klaus Uckitalk. Gell, Klaus? Schöne Grüße an draußen. Das gehört sich nicht, Klaus. Das gehört sich nicht, ja. Doch, das geht schon. Also, ich habe gerade gesagt, vielleicht schon morgen, aber wahrscheinlich schon heute. Wer von euch kennt vielleicht dieses Stromauto Tesla? Ja. Tesla, Elon Musk, der Chef von Tesla, hat heute offiziell verlautbaren lassen, also bekannt gegeben, dass er die ganzen Baupläne und alles von Tesla Motors Open Source zur freien Verfügung stellt. Die Patente, Entschuldigung, genau, hast du recht, danke. Die Patente, genau. Super, ist das geil. Geht los. Da ist er mittendrin. Ja. Da ist er mittendrin. Hier. Da sind wir angeschickt. Ja, stecken wir wieder ab. Danke. Ja, liebe Leute, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, gell? Es ist schon halb 11. Und erfahrungsgemäß weiß ich, dass das Hirnpanieren eh funktioniert. Gell? Hirnpanieren funktioniert. Das heißt, ich würde es auch jetzt gar nicht zu kompliziert machen mit ganz vielen Fragen, weil jede Frage, die kommt, automatisch fünf Neue aufwirft. Das verspreche ich euch. Aber wir können sowieso auf Facebook oder YouTube oder wie auch immer diese Portale alle heißen, gerne in Kontakt sein, informiert euch, schaut euch, schreibt, geht auf Welcome to Freedom, meldet euch an, schaut das Foto an, schreibt euch dazu, schreibt eine Frage auf und geht in Interaktion mit uns, miteinander und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir picken uns einfach jetzt auf die Gache, vielleicht ein, zwei, drei lässige Fragen. Ich habe die Frage, um wie weit das sich das Freeman Austria auf Deutschland übertragen lässt. Eins zu eins gleich. Eins zu eins gleich. Und zwar deswegen, weil die Grundinfo dieselbe ist. Die Grundinfo in Österreich heißt, Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volk nur aus. Und in Deutschland heißt es, alle Macht geht vom Volke aus. Das ist genau dieselbe Vermutung. Alle Macht geht vom Volke aus, weil es keinen es gibt. Es gibt kein Volk. Da steht immer in erster Linie Grundgesetz drinnen, aber wir haben ja gesprochen mit dem, deutsches Recht, das sind deutsche Worte, deutsche Definitionen. Wenn da von freiwilliger Gerichtsbarkeit die Rede ist, dann ist es eh Deutschland. In Österreich heißt es, außer Streit, und es steht da nicht drinnen. Ist das ein russisches Wörterbuch, als ein österreichisches? Nein, das ist ein deutsches Wörterbuch. Es ist in erster Linie Grundgesetz, wird da erwähnt drinnen. Aber der Köbler ist Österreicher, wirkt in Österreich, und die deutsche Sprache ist uns beiden eigen im System. Österreich hat das Amtssprache, die deutsche Sprache und ihr auch. Und das hast du da ein bisschen anders. Du hast so ein Landratsamt und bei uns hast du Bezirkshauptmannschaft. Aber es ist genau das Gleiche. Und ob du jetzt als Deutscher versklavt bist oder als Österreicher, es wird davon ausgegangen, dass du zum Volk gehörst. Und wenn du dich als Volk meldest, weil du wählen gehst oder weil du dich in ein Register schreibst, weil du deine personenbezogenen Daten hernimmst, dann bist du offensichtlich in der Gerichtsbarkeit. Konkludent schlüssig handelnd. Wisst ihr, was konkludentes Handeln ist? Schlüssiges Handeln. Das werde ich unterstellt. Schlüssiges Handeln kann man zum Beispiel beschreiben mit dem McDonald's. Wer noch nie bei McDonald's war, kann beim Mäcki nicht schlüssig handeln. Nicht konkludent handeln. Weil zum ersten Mal bei Mäcki ist, der geht da rein und sucht sich einen Platz und wartet auf den Kölner. So lange bis keiner kommt. Und er wird sehen, dass alle anderen sich ganz anders verhalten, nämlich schlüssig. Und wird irgendwann kopieren, was die tun, wird sich da hinstellen. Und auf einmal wird alles funktionieren, bis der Mäcki-Mitarbeiter einen nicht einmal fragt, ob er vielleicht zum ersten Mal da ist. Weil er sich schlüssig verhalten kann. Und euch wird von Anfang an gelernt, wie man sich verhält in dem System. Ihr verhält sich schlüssig und daher dürfen wir davon ausgehen, dass ihr da dabei seid. Jetzt liegt es an euch zu erkennen, das ist alles nicht mehr freier Wille. Jetzt weiß ich, wie das da in etwa gestrickt ist. Informieren wir weiter. Und dann sage ich dem System, jegliche Vermutung ausgeschlossen. Keine Person, keine Betrachtung. Wesen. Souverän. Der Gott auf seinen eigenen Planeten, wenn du so willst. So wie der Haas. So wie der Vogel. So wie der Regenwurm. So wie alle. Selbst souverän. Mit einem System, das wir uns jetzt neu schaffen, weil das alte System ausgedient hat, kaputt ist. Jetzt haben wir Open Source, QEG, Tesla-Motoren und so weiter, freie Energie. Je freier wir werden, das geht Hand in Hand. Und je freier wir werden, umso freier ist die Energie, weil wir die Energie sind. Wenn der Mensch nicht frei ist, wird es niemals freie Energie geben. Weil das eins und eins genau dasselbe ist. Wir sind die Energie. Und je freier wir sind, je freier ihr im Geist werdet, umso schneller sind alle diese Patente frei. Und es wird vor allem funktionieren. Wir haben dann freie Energie, wenn der Mensch frei ist. Vorher brauchen wir darüber nicht reden. Deswegen sollte man das zuerst angehen. Zuerst das System lösen und dann über freie Energie nachdenken und das alles machen. Wenn man das System angestellt findet, wird man automatisch die Steuern verzogen. Das wird nicht einfach nicht angestellt. Das ist das Problem. Wo bist du angestellt? An der Steuern. Baaah. Ja, ich weiß. Aber das macht ja nichts. Das kann sich jeder innerhalb seiner Nussschale versuchen, so weit zu lösen, dass er, wenn es dann vielleicht noch einen kleinen Sprung braucht, nicht mehr so viel ist. Mach das. Geh doch untertags arbeiten aufs Magistrat. Aber vielleicht informierst du die Leute schon ein bisschen aus deiner Position aus. Wer weiß. Was du tun kannst. Also jeder muss ja aus seiner Position aus so irgendwas tun. Und wenn du am Magistrat arbeitest, dann kannst du eigentlich jeden Tag, wenn wer kommt, einen Flugzettel verteilen und sagen, informier die. Informier die. Wir müssen das retten. Auf meinen letzten Freeman-Talk in Lienz. Hoffentlich. 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 Nein, aber wisst ihr, das hört sich aber lustig auch, aber vergesst bitte nicht, dass es alle betrifft. Alle. Ja. Es betrifft ja alle, verstehst du? Es betrifft das Finanzamt, genauso wie das Land, wie das Magistrat und so weiter. Also dürfen wir ruhig mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hoffentlich arbeitest du nicht mehr lange am Magistrat, weil das ist eigentlich eh. Ohne, dass wir da was wünschen, dass du untergehst oder so. Aber Magistrat, ja, dann mach was gut am Magistrat. Jetzt höchst du die Leute. In Lienz war die Bürgermeisterin bei Freeman-Talk. Die Bürgermeisterin von Lienz. Ja, die ist früher gefahren, aber es macht nichts. Sie war zumindest da. Sie war zumindest da. Ich hab's vielleicht auf YouTube das Video gesehen mit dem Spindelecker von mir. Wir müssen jetzt reden, wir müssen in Dialog treten. Nicht mehr streiten und schimpfen. Ist da alles schon gemeldet? Nein, ich hab ihm jetzt eine E-Mail geschrieben und ich warte auf die Antwort. Wenn ich jetzt bis Montag keine hab, dann ruf ich's an. Und klickt da jetzt das Video, klickt einfach drauf. Je mehr Leute das Video jetzt sehen, umso mehr muss ich den Termin kriegen. An dem kann er fast nicht mehr vorbei. Und ich möchte wirklich auf einem ganz hohen Level mit ihm reden. Ich möchte ihn fragen, Spindelecker, wir müssen deswegen reden, weil euch gängende Steuerpflichtigen verloren. Das ist die große Unbekannte. Je mehr Leute das wissen, oder ich mein, die brauchen ja nicht von mir wissen, so wie der Trafikant in Wackrein, der einfach sagt Steuerstreik. Von sich aus. Der hat gesagt, aus, Opfernjäger, Hypo, Alpe Adria, ihr spinnts alle, ihr zahlt keine Steuern mehr. Und je mehr Leute aufhören Steuern zu zahlen, umso eher werden die mit uns reden. Und dann ist auf einmal wieder die Macht da, wo sie gehört. Anders geht das nicht. Bist du selbstständig? Ja. Das heißt, ohne Einnahme, was du hast, du zahlst keine Einnahmen. Genau. Umsatzsteuern? Nein. Ja, wenn ich einkaufe, aber abführen tue ich gar nichts. Von den Einnahmen? Umsatzsteuer, Dings? 1,2 Prozent mehr, aber ich glaube, die ziehst du gar nicht ein. Nein. Weil du holst dir keine Vorsteuer. Ich holst dir keine Vorsteuer, genau. Und du für Reto? Ja. Aber du zahlst keine Steuern? Keine Steuern. Ich habe alle meine Belege weggeschmissen, ich habe das auch dem Finanzamt mitgeteilt. Zehn Jahre weggeschmissen. Einfach so, im Misskübigkeit. Ein Jahr, zweieinhalb? Zweieinhalb Jahre. Und Finanzamt? Ich habe zwei Sachwalterschaftsverfahren hinter mir. Nein, das ist echt nicht. Ja. Aber die Verfahren sind eingestellt worden, nachdem der Richter mit mir gesprochen. Ich habe eine Stunde mit einem Richter gesprochen. Und der Richter hat nach dem Stundgespräch zu mir gesagt, Herr Kreißl, was Sie machen, finde ich intellektuell sehr reizvoll. Ja. Und der Richter hat das Verfahren eingestellt. Die Frage ist natürlich, wenn man so agiert, dass du agierst, dann kommt still das, dass der mündigt. Das war das. Das ist die Sachwalterschaft. Das ist die Sachwalterschaft in Österreich. Pflegschaftssache, Johannes Kreißl. Einladung zum Erstgespräch. Ja. Wie steht da? Ich war dort. Ich habe mit dem Richter gesprochen und er hat gesagt, das ist intellektuell sehr reizvoll. Er schaut sich an, wie ich da weiter tue jetzt. Wahrscheinlich beobachtet er uns. Dr. Füssl. Und das Verfahren ist eingestellt, hat er gesagt. Und je mehr wir sind, mittlerweile bin ich nicht der anzige Freeman, der ein Sachwalterschaftsverfahren hinter sich hat, sondern wir sind viele mit Sachwalterschaftsverfahren. Und die meisten, sage ich jetzt einmal, fast alle werden eingestellt. Und je mehr, ja irgendwer, Finanzamt, Exekutor, irgendeine Behörde leitet das ein, weil sie sich denken, du spinnst. Und je mehr wir sind jetzt, umso schwieriger wird es überhaupt noch einen in die Klapse zu kriegen. Und wenn einer in die Klapse oder sonst was kommt, dann müssen wir den wieder rausholen. Wie geht das? Mit Fragen? Da weg, zumindest da weg, was zu wissen. Genau. Ja, zum Essen einmal einen Kuchen. Alles, genau. Aber dafür sind wir jetzt zu viel. Wir sind in Österreich heute, so wie ich da stehe, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr auswendig, Schätz-Sommativ, um die 500 Freeman. Wer ist, du bist, ein Deutscher sogar? Ja. Deutscher Freeman, bitte, Applaus. Yeah. Und der Klaus, der Klaus hinten, Freeman, wer ist noch? Erklärter Freeman, Maniolo, Dings. Verstehst du, es werden immer mehr und wir sind alle in einem Bewusstsein, da ist es völlig egal, ob man einen von uns wegtut oder nicht. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da sind nur Fünfe da. Ich sage jetzt, was wichtig, glaube ich, für viele ist, die Angst, du sollst noch das Maul, du darfst mich besitzen. Es ist besser. Es ist besser, wenn du das besitzen, dann werden wir einfach was nehmen. Ja. Und diese Angst ist da, ob sie dauernd ist, auch außerhalb. Völlig klar. Du wirst sofort gefändet. Aber es gibt ein paar Menschen, denen ist es nicht wurscht, aber gleichgültig. Wir können in dem Sinn nichts mehr nehmen und ab dem Moment bin ich unverwundbar. Und natürlich. Und wir arbeiten aber ja weiter in der Richtung, dass ich auch will, dass man euch nichts nehmen kann. Deswegen tun wir ja weiter. Deswegen will ich, dass das sich umeinanders spricht. Woher nehmen die dieses Recht, euch oder mir was zu nehmen? Das Recht war nie da, nicht im Volk. Und jetzt muss einfach sich das umeinander reden, dass es kein Volk gibt, dass wir eigentlich alle frei sind. Wir sind eigentlich alle von Haus aus frei. Es braucht keinen Brief. Stiftung ist auch schwierig, weil wir wollen, ich muss so anfangen, es gibt Pläne, welcome to freedom.at in eine riesengroße Stiftung umzuwandeln, damit man komplett einmal keine Erklärung in den Dings, damit man Geld fließen lassen kann, damit man auch Besitztümer einschreiben kann, ganze Güter, im großen Stil Grund, Land, dass das im großen Stil gerettet ist und damit es nachher einfach freigeben werden kann. Das machen in Australien, machen das schon ein paar Leute, in England, Kanada, überall werden im großen Stil Gründe reserviert. Egal ob die gekauft werden, gespendet werden, Dings, damit für die Zeit nachher, wo ein Grunder nichts mehr kosten wird, ist eh klar, Grundeigentum, das löst sich alles auf, dass die Gründe einfach reserviert sind. Wie das jetzt passiert, seid ihr hingestellt. Informiert sich einfach bitte, es ist wirklich so, so viel, riesengroß, 100.000 Organisationen, Vereinigungen, bis zum Andreas Körber. Ja, ich würde gerne noch was ergänzen, weil das mit der Angst mag zwar aus den Erfahrungen aus dem alten System berechtigt sein, für Okitok, auch für alle hier, sehr berechtigt sein, das mit der Angst, aber es laufen ja parallel ganz viele andere Geschichten, wie zum Beispiel die Kreditopferhilfe, die Klage gegen die Banken, 2000 Leute wollen wir zusammenkriegen. Weil Geld, also Kredite im Grunde genommen Geldschöpfung aus der Luft sind, Entschuldigung an die Okitok-Hörer, Kredite sind Geldschöpfung aus der Luft und wenn ihr eure Kredite nicht mehr zurückbezahlt, zum Beispiel euer Hauskredit nicht mehr zurückbezahlt, vielleicht weil ihr es nicht könnt oder auch nicht wollt, dann dazu ruft der Kreditopferhilfeverein sogar auf, weil der Bank entsteht kein Schaden dadurch und im Moment sind wir glaube ich bei 400, 500 Leuten zusammen, wenn wir die große Sammelklage einreichen gegen die Banken. Wir sind auch nicht gegen die Banken als solches, sondern, also nicht wie in Island gerade geschehen vor wenigen Jahren, dass die die Banker alle in den Knast gesteckt haben, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja niemandem schaden, sondern in Kooperation treten. Und das ist ein so ein Modell, dann ist Ubuntu Dachverband noch so ein Modell, es gibt freie Energiemodelle, da kannst du dich sogar vom Strom abmelden und von Heizung abmelden. Das ist, oh dankeschön, das ist, also es gibt haufenweise Sachen, die sich gerade mal eben in den letzten Jahren finden und verknüpfen und das ist fantastisch. Also Angst würde ich nicht als oberste Messlatte setzen, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, sondern eher Information und Vertrauen natürlich, klar. Angst, die das Anregung zur Kreativität. Ja, genau, kann man als Adrenalinkick nutzen. Gut, ja, also das war mir noch wichtig. Danke. Ja, super. Also wie gesagt, wir konnten jetzt nur den ganzen Abend bis spät in die Nacht hinein über lauter solche Sachen reden. Ich möchte euch hier den Gefallen tun, das Ganze einfach einmal in die Sitzphase, in die Sickerphase geht's lassen. Bitte seid so lieb, schaut sich im Internet Welcome to Freedom an, googelt so ein bisschen YouTube-Videos anschauen. Einfach informieren, informieren. Allität suchen. Nicht das, was irgendeiner gesagt hat und das weiterverzüllen. Selber eine Meinung bilden, selber wissen, was los ist. Und dann agieren. Das wird sicher das Richtige sein. Gibt es noch irgendeine ganz wichtige Frage, weil sonst würde ich es jetzt einfach beenden. Hast du das Recht? Vielen Dank. Guten Morgen. Vielen, vielen Dank. Lieber Joe, lieber Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Ich möchte nochmal, bevor sich das jetzt dann auflöst, an den Austritt erinnern. Es ist wirklich so, ich habe an Klaus Glatzle das erste Mal live gesehen, wir haben schon viele Sendungen miteinander auf Okitalk gemacht. Ich habe zudem letzte Woche gesagt, Joe kommt, ich weiß nicht, sind wir 50 Leute, sind wir 100 Leute. Er hat sein ganzes Equipment eingepackt, ist raufgefahren, er macht das aus freien Stücken. Der Joe macht das... Applaus Der Joe macht das aus freien Stücken, weil wenn die Galionsfigur dieser Bewegung in Österreich nicht authentisch ist, dann kann man es vergessen. Andreas Körber kommt mit vollem Terminkalender und bis daher mit Studioprojekten voll, vor Eva Ding schnell umgeschossen und sagt, wenn ihr schon da seid, dann nutzen wir die Gelegenheit, bringt ein Lied, mit habe ich gar nicht gewusst. Das ist phänomenal, das war im Prinzip heute Premiere, zusammen mit allen Okitalk-Hörern. Phänomenal, finde ich einfach klasse. Danke auch. Applaus Und ich bitte euch einfach, das wirklich nach einem Herzgefühl zu würdigen, weil Wert zu schätzen, im Sinne wirklich von Schätzung und nicht so, naja, was teilt für zwei Stunden Kino und ein bisschen Popcorn, sondern wirklich, was ist euch wert, dass einfach das weitergeht. Der Gerhard hat vorhin gesagt, wir wären hier bereit eine Gemeinschaft, eine Vertrauensgemeinschaft, die sich per Stück Papier, da hinten liegt der Listen, da kann sich übrigens jeder eintragen, der Interesse daran hat, wenn wir so eine Sachen, wieder eher der Andreas holt es gerade hoch, also bitte eintragen, wer Informationen haben will in den Verteiler, bei uns mit rein will, wir machen regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen alternativen Lebensformen, aber halt dann auch solche Sachen, was mich natürlich fasziniert und wir werden sowas öfters machen. Und solche Sachen, ja, ja, und solche Sachen, was machen die für Sachen da da, und die lachen auch noch mit den Sachen, die sie machen. Also ganz wichtig, und wenn wir nochmal so viele Leute wie jetzt, also 100 Leute, hat der Gerhard vorhin gerade gesagt, 100 Leute, wenn eine Vertrauensgemeinschaft bilden, könnt ihr eine ganze Hausratsversicherung sofort abschaffen, weil wenn 100 Leute füreinander bürgen, dann stemmen wir pro Jahr ein abgebranntes Haus. Und wir brauchen keine Versicherungen mehr. Das ist nur ein Beispiel. Und es gibt dieses Atapana und viele andere Dinge. Also wenn euch das jetzt ein bisschen angestupst hat, arbeitet da weiter in eurer Fasson, mit eurem Herzblut, mit euren Ideen und Ideologien. Klingt es euch ein, wir haben so wunderbare Sachen wie eben das Internet, die uns auch vernetzen. Nicht nur verletzen, du kannst Cyberbombing machen, du kannst dich aber auch vernetzen. All das hier wäre nicht entstanden ohne Internet, weil hier ist, also so per Zuruf, Korziger Sammerskirchner, der darf jetzt einfach mal so feststellen. Die Leute kommen von Everding, über Formbach, von Passau, von überall her. Und ich finde es fantastisch, dass ihr von überall hierher gekommen seid, weil es immer so ist, dass der Prophet im eigenen Lande erst eine Zeit umeinander rühren muss, bis man ein bisschen hellhörig wird. Aber sie schauen mal die Fenster ein an. Das war schon ganz gut. Und ich bedanke mich für die musikalische Unterstützung des Männergesangsvereins Sankt-Marien-Kirchen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen und eine geruhsame Zeit. Namaste.